Ich bin nicht Fame, ich bin in the game, weißt du, was ich mein? Du bist eigentlich doch Moslem. Ja, ich bin ein hinduistischer, buddhistisch-christlicher Moslem. Warum bist du so? Was hat dich dazu gebracht? Das hier hat mich dazu gebracht. Raus! Wir brauchen hier nicht so ein Kindergarten-Zeugs. Raus hier! So, nächster. Grüß dich, mein lieber Amir. Hier ist Bijan, hi. Hallo Bijan, Gott segne dich und deine Familie. Du bist Iraner, ne? Danke, ja klar, wir haben schon mal unterhalten. Warte, ich mach mal hier, dass man mich auch sehen kann. Sekunde, so. Geht's dir gut? Ich hab jetzt auch gerade Feierabend. Ich bin auch Pilot. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast eine gute Reise gehabt. Ja, ja, mit Verspätung und alles drumherum. Ich war vorhin im Sonn live, aber durch Zufall. Und ich hab die Namen von Iran gehört. Dann bin ich hier stehen geblieben, um zu gucken, was derjenige sagt. Das war ein Deutscher, der zum Islam getreten war. Also hat Religion gewechselt. Der war sehr sympathisch. Und dann hat er angefangen, nur über Islam und alles zu reden. Dann hab ich geschrieben, einfach dauernd... Ja, ja. War das hier ein Vogel oder was? Bitte? Nein, nein, nein. Das war auch ein Vogel, aber kein Dirk-Vogel. Dann hab ich geschrieben, dass das nicht so ganz stimmt, was du da erzählst. Und dann kamen die sofort wie Diktatoren. Ja, wenn es dir nicht passt, geh raus. Und so weiter. Du weißt ja, wie die halt drauf sind, unsere Moslemsbrüder. Ja, aber dann hab ich gesagt, alles klar, jetzt geh ich mal nach oben. Und dann bin ich hochgegangen. Da waren ja noch drei, vier Leute aus verschiedenen Ländern. Und hab ihnen halt die Frage gestellt, wie bist du dazu gekommen, dass du deine Religion wechselst? Also ein gläubiger Mensch, der, ich sag mal, zu sehr an Gott glaubt. Und alles kann nicht so einfach Religion wechseln, es sei denn, er sieht ein Zeichen. Da sagt er, ja, ich war erstmal Christ, dann war ich Antichrist, dann war er eine Zeit lang ungläubig und jetzt ist er Muslim geworden. Also der wechselt einfach. Und er war auf dem Weg nach Mekka. Ja. Und ich sag, alles klar, es wird sehr interessant. Und der war dann wohl im Iran, dann haben sie ihn verhaftet. Drei Tage war er erstmal im Knast oder vier Tage. Ich sag, Kollege, du musst erstmal die Sachen auseinander trennen. Iraner und das Land aus der Regierung, da brauchen wir nicht darüber jetzt reden, so politisch werden. Und dann hab ich mal halt die Frage gestellt, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht daran, ich bin nicht Moslem. Dann kamen die sofort von links und rechts, ich werde Scheitan und ich werde von Satan besessen. Und dann hab ich gesagt, man kann doch vernünftig miteinander über etwas unterhalten. Ich muss ihn nicht sofort nachladen und b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b wie Maschinengewehr. Und dann kommt einer und sagt, sag nicht Scheitan, sag Iblis. Ich sag, Kollege, was ist denn der Unterschied? Der Typ ist doch die gleiche. Auf Deutsch sagt man Teufel, auf Muslimisten denn sein die Scheitan. ist das jenigen dann habe ich eine legitime frage gestellt aus reiner vorsicht das heißt das ist in meinen gedanken habe ich gesagt jungs kann sein dass der teufel uns alle verarscht hat kann das ist das eine frage weil ich habe auch vielleicht ein fehler vielleicht kannst du mir helfen vielleicht können die zuschauer mir helfen damit ich meine infos damit ich mich verbessern kann kann sein dass der teufel uns alle verarscht hat ja womit denn ich sage ja mit dieser religion ja erklär mal was islam ist ich sage kollege für mich alles was ich mir selber wünsche und meine familie wünsche ich jedem jeder und jede das heißt wenn ich eine schöne mercedes fahren will wünsche ich dir auch wenn ich mit vollem bauch ins bett gehe wünsche ich dir auch wenn ich ein schönes haus haben will und ich dir auch ich brauche ja da bist du ja ganz klar bei jesus christus weil er hat gesagt er hat gesagt ihr sollt so weil das was ihr für die menschen wünscht so das wünscht auch für euch also das was ihr selber wollt so wie er behandelt werden wollte du bist ja auch andere behandeln verstehst du genau so sieht es aus und nicht anders ich sage dafür brauche ich ja keiner der über meinen nacken steht und in meine glatze klatscht und sagt pass mal auf das ist haram das ist helal ja nein das kann doch nicht funktionieren du musst ein ticket für paradies haben ich sag musste gott mir jetzt also sagte zu mir wir müssen den gott dienen ich sag warum muss ich den gott dienen wenn er so barmherzig ist wenn er so allmächtig ist jetzt erklär mir mal eine frage du sagst der gott vergibt alles ja der gott kann alles vergeben ich sag und wer bestraft denn wer bestraft ich denn wenn man sagt zu dir angenommen beispiel amir ich glaube heute dein lohn du hast dein gehalt bekommen ich glaube die ganze kohle jetzt stehst du ohne geld du verhungerst du kannst deine mitte nicht zahlen was ach so liebe gott liebe jesus oder was auch immer gibt den jenigen die strafe die mir mein geld genommen hat machst du machst du nicht ich bete für den jenigen der sich rechte her sagt ja recht euch nicht geliebte sondern gibt raum den zorn gottes verstehst du wir sollen für diese menschen beten aber viele sagen der gott wird dir die strafe geben dafür was du getan hast man hört es ja tag und täglich gott jetzt mal eine frage gott vergibt die alles oder gott bestraft dich das können die mir nicht antworten diese muslims die haben mich als satan ist als satan anbieter als vom teufel besessen als unruhe bringer als was weiß ich noch bezeichnet ist auch leute ich habe eine legitime frage gestellt kann sein dass ich fehler mache in meinem leben also bestraft er uns oder vergibt er uns ja sagte wenn du den gott nicht dienst dann wirst du den ticket nicht für den paradies kriegen dann landest du in die hölle ist auch was passiert mit mir dann wirst du verbrannt ich sag kannst du mal erklären was der hölle ist nein sagte aber du kannst mir erklären als ich dann angefangen habe darüber zu reden dann haben sie mich stumm gestellt sagt du mir also wenn man vernünftig redet wenn man sich an die regel hält von dem live keiner beleidigt ich respektiere jeder ich respektiere die moslems nicht respektiert juden ich respektiere die christen ich respektiere sogar die ungläubigen aber wenn ich dir meine meinung versuche zu erklären heißt das nicht dass ich dich daran zwinge aber die tun indirekt die sagen hör zu wir wollen dich nur aufklären was wirklich islam ist aber du musst das machen was du möchtest aber wenn du das und das tust kommst du da und da und wenn du das und das tust dann kommst du da und da verstehst du wie die leute manipulieren der junge der konnte mir noch nicht mal sagen wie ist er davon überzeugt wurde dass er dann zum islam getreten ist der hat sich einfach das buch gelesen ja diese koran ich sag glaubst du daran ja sagte glaubst du an dem an dem sauerstoff die du atmest ich sag ja weil ich das ding atme und wenn ich nicht atme dann verrecke ich also es gibt es erklärt du mir das mal ob was da drin steht war ist oder ob die dann nicht trausam mal manipuliert haben update gemacht haben wie soll man mit solchen menschen umgehen der gibt dir alles wenn du merkst dass das nicht bringt mit denjenigen zu reden da gehst einfach weg von dem gespräch was willst du da noch diskutieren so quatsch ich bin nur damit hoch gegangen weil ich hab das ja nur dieses im hintergrund gehört dass er wohl da verhaftet wurde das würde für mich interessant und dann habe ich gesehen was er von dem dummen zeug erzählt und das geile ist jetzt stehen ja fünf sechs leute da oben ich gehe aber gleich runter weil die anderen wollen doch bestimmt hochkommen da sitzen noch vier fünf leute alle haben mikrofonen zu keiner redet keiner legt sich auch mit mir an dann gehe ich runter und sage ich nichts auf einmal fangen ja was war das denn vor einer ich wollte ihm das sagen ja was war der denn hier auf einmal haben wir alle kochones gekriegt und da habe ich geschrieben ihr lieben muslim ich liebe euch dass hier hinter jemand lästert wenn man vor ort ist sollte eure meinung sagen nicht wenn man runter geht das ist für euch nicht oder was und dann waren wir auf einmal ganz leise dann haben sie über was anderes gesprochen da kannst du mal sehen am hellen tag die verarschen sich von vorne bis hinter mit deren religion sobald du dieses wort wallah billah hörst da muss ich schon weg rennen habe ich abneigung dagegen das ist für die wie atmen einfach nur wallah billah sagen das ist für die ganz normalen nein das ist joker als ob die joker spielen weißt du jetzt so pokal spielen jetzt haben sie scheißkarte jetzt packen sie mal den joker da oben warum denn wallah billah du kannst doch vernünftig also wenn du die wahrheit sagt ich muss aufpassen auf ziel wenn du die wahrheit sagst du brauchst nicht schwören du brauchst nicht die name von gott in deinem und erwähnen er sei denn du lügst du brauchst in der unterstützung deswegen sagte es deswegen sagte der herr jesus christus ein ja sollte ein ja sein und ein nein sollte ein nein sein wir sollten nicht schwören ich habe meine eigene glaube ja ich versuche das auch nicht zu praktizieren oder jemand dazu davon überzeugen ich sage nur menschen erst mal man soll in frieden leben das ist auch auf die ganze welt unabhängig davon ob du moslem bis ob die jude bis ob du christ ist einfach alle in frieden leben und das was zu dir selber wunsch und eine familie wünscht die anderen dann passiert sowas nichts mehr okay danke dir vielmals ja gott segne dich mein hat man mich gott segne dich und deine familie hallo gott segne dich und deine familie haben wir dankeschön dass ich erst mal hochkommen durfte aber ich habe eine frage was johannes 4 2 und johannes 3 2 2 betrifft da hatte ich mit diesem abo quasim den kennst du garantiert auch eine kleine diskussion gehabt aber rosinenkopf meinst du genau und zwar steht ja einmal drin jesus ging nach judea und taufte und einmal steht drin jesus taufte nicht sondern seine jünger wie kann ich das verstehen kannst du mir das erklären ich kann jetzt nicht auf diese ganzen sachen zugreifen dazu muss ich mir zeit nehmen was war das für johannes 14 was johannes 4 2 und johannes 3 2 2 johannes 3 2 da muss ich mich später mal damit auseinandersetzen ich mich später problem ich komme die tage mal rein okay okay alles klar okay gute fahrt gottes segne mal lieber ja bis dann tschau ist noch am arbeiten die ganze zeit immer ständig ständig kannst du mir bitte nur eine frage beantworten ich frage bitte nein bitte mann nein bitte was ist das bild nein nur dieses sagt nur was ist es nur was ist das was ist das bild bitte was ist das man das ist doch ein fähes wahnsinnig ich denke wenn so ein bild verpixelt ist das ist verrückt das kann doch nicht wahr sein habe ich zu tun mit affen ja der hat auch gedeiht so wie von alty das war das hallo Ja, willst du jetzt wichtig deine Stimme machen oder willst du da den Joker raushängen lassen? Ja komm, ich hab keine Zeit für den Blitz. Irrenanstalt hier. Ja, richtig, der Irrenanstalt hier. Ich hab ne Frage an dich. Hörst du mich? Ja. Wie lautet denn das Kriterium für absolute Wahrheit? Weißt du es jetzt mittlerweile? Das Kriterium für absolute Wahrheit ist der Herr Jesus Christus in Person selber. Denn er ist die absolute Wahrheit. Das heißt, wir haben kein Kriterium mehr, weil er nicht mehr da ist? Bitte? Das heißt, wir haben kein Kriterium mehr, weil er nicht mehr bei uns ist? Der ist doch omnipräsent, du Wahnsinniger. Der ist doch Gott. Kannst du ihn fragen? Ich kann ihn jederzeit bitten, fragen. Der sagt ja, was er in meinem Namen bittet, das werde ich euch geben oder machen. Das heißt, er weiß alles? Natürlich weiß er alles. Ne, weiß er alles? Er ist ja nicht wie Allah, dieses unfehlbare, also dieses fehlbare Wesen. Und wieso macht er sich dann Sorgen? Bitte? Ja, natürlich ist er auch Mensch geworden. Darf er sich dann keine Sorgen machen als Mensch? Würdest du dir Sorgen machen über einen Gerichtsprozess, wenn du weißt, wie es ausgeht? Ja, natürlich. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, natürlich mache ich mir Sorgen und kriege Ängste, richtig? Ne, du weißt ja, dass es gut für dich ausgeht, dann brauchst du keine Sorgen zu machen. Dein Name allein ist schon so behämmert, dass du überhaupt anstrahlen bist. Jetzt weint er und kickt mich. Jetzt weint er und kickt mich, Leute. Das ist so traurig, so traurig. So traurig. So traurig. So traurig. So traurig. Ich denk' nach. Der Name allein ist schon so unfassend für ihn, ne? Du bist doch Ex-Muslim, gell? Äh, nein. Ich bin, äh, Ex. Exi, exi. Exi, exi. Hallo? Ja, mein lieber Gott segne dich von deiner Familie. Halt dich auf, danke. Ich wollte ganz kurz bloß fragen, ähm, was hast du eigentlich gegen, ähm, den pädophilen Penisküsser? Ja, musst du den Denk-Nach-Frage. Er folgt ihm ja. Er findet auch, dass er der beste Mensch der Welt ist. Jemand, der von einem Kleinkind den PENIS küsst. Wundervoll, er ist der beste Mensch. Ja, finde ich auch. Ja, so mit dem Punkt von Kleinkindern stecken, äh, den PENIS von Kleinkindern küssen, sich den Bauch von Männern küssen lassen, Kleider von einer kleinen Kind anziehen, damit er bessere Offenbarung bekommt. Ja, was ist das, Mann? Also, ich persönlich mag den, weil ich deinen Penis küssen möchte. Ah, du eklatest Schwein! Du eklatest Schwein! Ist das ein Widerling? Du Schweini! Da musst du in die andere Richtung gehen, in diese komische Richtung musst du dann gehen. Bei mir gibt es sowas nicht. Ekelhafter Typ, ey. Ist das eben nicht... Ey, denk nach, geh mir nicht auf die Nerven, komm herauf mit dem Blödsinn. Du bist unter-, unter-, unter- undter-erdig bist du, ey. Du, Mann, dein sensiges Kind angepasst war. Schick dir eine fette Mutter, du kleine Wäckse. Schick dir eine fette Mutter, du kleine Wäckse. Schick dir eine fette Mutter, du kleine Wäckse. Ekelhafter kleiner Junge, ey. Dämonisch beladen, bis zum Gehtnichtmehr. Wie widerlich kann man nun sein. Ja, findest du das gut? Wie die deine Religion repräsentieren, ey? Jeder Einzelne von euch ist so. Du genauso. Du tust gerade nur so, dass du nicht so wärst wie der kleine Junge. Aber du hast genau die gleiche Gesinnung. Nur du versuchst dich zu beherrschen. Das ist eine. Aber mein Liebk ist da durch. Ball kommt rein. Ui. Was ist hinter dem Ball? So viel Kamelorien getrunken oder was ist passiert? Hallo? Hallo mein Lieber Gott, sieg dich auch, mein Bruder. Ich wollte nur klarstellen, das Christentum wird siegen an alle hier im Chat, die dagegen sind. Merkt euch eins, das Christentum wird siegen. Ja, aber der Jesus Christus hat gesagt, am Ende der Zeit werden sehr viele Menschen vom Glauben abfahren. Und das sehen wir doch gerade. Dass sehr viele Menschen vom Glauben abgefallen sind und sich Irrlehren und Dämonischen Lehren zuwenden. Alles läuft nach Plan. Alles genau so, wie der Herr das gesagt hat. Ich hab ne Frage. Reiten ist der Weg in die ewige Verdammnis und viele befinden sich drauf und nur schmal für die wenigen, die sich auf dem befinden. Nur wenige werden gerettet. Ich hab ne Frage, durch die Schellen. Ja, ja. Und zwar, in irgendeinem Tag hat mich jemand angeschrieben, also bei TikTok, und hat dann geschrieben, also die Person war am Schlafen, und dann hat Jesus in den Kopf, also halt in Gedanken zu ihr gesprochen, ich soll nicht aufgeben mit dem Beten und so. Und dann hat sie mir geschrieben, und ich würde fragen, wie das so entstehen kann. Was sagst du? Ja, ja, ja. Komm. Hä? Was war das denn? Ich hoffe, mir hat nichts. Was ist denn bloß los mit den ganzen Leuten hier? Hallo, Sheikh Abu Amin? Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, gar nichts. Alles soweit in Ordnung? Ja, perfekt. Dann machen Sie es gut. Tschüss. Ey, warte doch mal. Ja, was denn? Ich bin doch gleich fertig. Ach so? Ja, ma ja, Hopi. Du schmeißt sofort raus. Das kann ja nicht sein. Ey. Du hast doch gesagt, eigentlich war nichts. Ich hab gesagt, alles klar, ciao. Hör doch mal auf jetzt. Ey, sag mal eigentlich, wie läuft dein Sport eigentlich so? Bist du noch am trainieren? Ja, natürlich. Immer. Ja? Weil sieht man nicht mehr. Früher hat man gesehen, ich sag mal, vor ein paar Jahren hast du mal Wachstum. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, so oft ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich mache am Tag so locker 300 bis 400 Liegestütze. Das reicht schon. Das ist gut. Okay, habe ich früher auch immer gemacht, aber der einzigste Nachteil war. Ja, und dann 400 Liegestütze hält dich immer fit. Das reicht. Ja, habe ich auch früher immer gemacht und dann habe ich diese Sehenscheidenentzündungen bekommen. Das war richtig beschissen. Weil du weißt, ja, ne? Andauernd, 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 ne? Wenn du jeden Tag 400 bis 500 Liegestütze ballerst, das geht auf die Sehnen. Ja, klar. Du musst da natürlich darauf achten, zwischendurch auf Pause, weil nicht jeden Tag, sondern halt, ne? Gucken, dass du immer dabei bist. Ernährung muss dann dementsprechend auch passen, ne? Was? Ne, Ernährung muss dementsprechend natürlich auch passen, ne? Weil sonst macht man den Körper, schadet man seinem eigenen Körper. Okay, mein Gott. Jake Amir, warte kurz, ich bin noch nicht fertig, das war nur meine Einleitung. Aber was denn jetzt war? Hallo? War doch nur die Einleitung. Nein, die Frage ist die, du hast recht, ich habe mit den, wir sind hier an der Endzeit, viele werden vom Glauben abfallen. Ich habe das letzte Mal so ein TikTok-Video gesehen, da läuft einer in den, keine Ahnung, durch Kalifornien und sagt, hier kriegst du 20 Dollar, wenn du mir ein Bibelvers aufsagen kannst. Und ungelogen, denn er fragt gefühlt, 50 Leute, bis irgendeiner kommt und dann so ein paar Verse aus der Bibel sagen kann. Ey, das ist der Knaller oder zum Beispiel, der läuft durch die Straßen und sagt, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus Christus dein Erlöser ist? Und so, nein, 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 nein. Die wimmeln das so was von ab, ich bin voll unter Schock. Und das waren ja jetzt keine, das waren tatsächlich so hellhäutige Menschen. Die meisten halt so, halt wie die Einwanderer in Amerika halt aussehen. Also die Einwanderer von, ich sag mal so, von vor 100 Jahren, die rübergewandert sind, das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Also die Leute, mittlerweile kann man gut sagen, du siehst, dass die Bibel recht ist. Ja klar, ja klar, ja klar, ja klar. Das, das stelle ich ja schon mal gar nicht in Frage. Auch wenn ich die Bibel nicht so gut kenne, aber das ist halt meine Religion von klein auf und ja, ist halt so. Ich bin damit zufrieden und diese Grundpfeiler meiner Religion, die tragen mich auch durch mein ganzes Leben. Ja gut, hast du Jesus Christus oder hast du Religion? Ich bin römisch-katholisch, natürlich habe ich Jesus Christus, wen soll ich denn sonst haben? Ja, deswegen sage ich dir, der Jesus Christus ist ja nicht gekommen, um eine Religion zu gründen, sondern Sünder zur Buße. Christus ist römisch-katholisch gewesen oder warst du ein Orthodoxe oder was war er? Nein, habe ich doch nicht gesagt, weiß ich nicht. Warum sagst du denn nicht, warum sagst du nicht, Jesus war Juni? Verstehe ich nicht. Hä? Ich verstehe nicht, warum du nicht sagst, dass du ein Kind Gottes bist, ein Nachfolger des Herrn. Ja, klar bin ich ein Nachfolger des Herrn, aber Leute, die römisch-katholisch sind, die sind doch Christen, genauso, genauso wie du. Die sind Nachfolger des Herrn. Geh mal in die Kirchen, geh mal in die Kirchen und frag die Leute mal, ob sie glauben, dass Jesus Gott ist. Was meinst du von 100 Leuten, wie viele Leute sagen, du bist nur der Sohn Gottes? Amir, Amir, guck mal, ich muss dir eins sagen, ich bin Kroate, geh in egal welche Stadt, geh in egal welche Stadt, sonntags, die kroatischen Kirchen sind immer voll, nicht nur mit so ein paar alten Leuten, die sind voll und da ist eine Dynamik drin, da sind junge Leute, egal welche kroatische Kirche, deutschlandweit, geh mal rein, wirst du sehen, ist immer voll. Ja. Und die Leute kannst du alle fragen, die Leute kannst du alle fragen und die alle sagen, hier, ich bin Gott. Mein Lieber, was nützt das, wenn die Kirche voll ist, aber die Leute ungerettet da reingehen und ungerettet da rausgehen, ist doch Quatsch. Was nützt das? Wieso gehen die ungerettet rein und raus? Warum? Die haben doch gar keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Frag sie mal, ob sie glauben, dass Jesus Gott ist. Ja, natürlich. Die meisten Antworten, der ist nur der Sohn Gottes. Quatsch, Nein, Mann. Nein. Auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Also ehrlich, bei uns Kroaten auf keinen Fall. Vielleicht welche, die das nicht wissen. Die breite Masse ist verloren, mein Lieber. Die breite Masse ist verloren. Ja, okay. Breite Masse verloren, hin oder her. Also wie gesagt, jeder, jeder, der, ich glaube auch Leute, die das nicht wissen, aber den christlichen Weg gehen, die sind nicht verloren. Nein, der Herr Jesus Christus sagt ja in Johannes 3, Vers 3, ihr müsst von Neuem geboren, werden. Wenn du also in die Großkirchen gehst und sagst, ey Leute, seid ihr von Neuem geboren? Was ist das denn für ein Zecktyp? So krass. Ja, aber ich sage dir ehrlich, wenn du mir das so sagst, ich verstehe das auch nicht, von Neuem geboren. Ich verstehe das nicht. Siehst du, das habe ich doch gesagt. Das meine ich. Aber was? Die Leute rassen ja gar nicht, was sie zu tun haben. Ja, aber was heißt denn zu tun? Ich bin ja christlich erzogen worden. Zum Beispiel, ich habe ja meine Taufe, Kommunion, Firmung gehabt und ich musste dementsprechend... Was alles rettet dich nicht retten? Natürlich, da lerne ich doch, da lerne ich doch, wie man sich als Christ vernünftig benimmt. Rettet dich ein vernünftiges Benehmen? Ja, selbstverständlich. Ein christliches, vernünftiges Benehmen rettet mich, natürlich. Ein christliches, vernünftiges Benehmen rettet dich also. Das ist dein Retter, ein Benehmen. Nein, ein christliches Benehmen, das Befolgen der Gebote aus der Bibel, das wird mich retten. Das ist mein christliches Benehmen, wenn du verstehst, was ich mache. in den Geboten der Bibel heißt, du sollst nicht lügen. Hast du schon mal weiter gelogen in deinem Leben? Selbstverständlich. Ja, also, siehst du, warum brichst du dann die Gebote? Ja, aber ich bin nicht perfekt bei Gott, was soll ich machen? Aha, siehst du, also brauchen wir jemanden, der perfekt ist. Ja, wir haben doch einen, der perfekt ist. Genau, Jesus Christus, der stellvertretend für uns gestorben ist, am Kreuz, und zahlt dann. Und ich weiß, dass ich Fehler mache, wenn ich zum Beispiel, wenn ich das... deswegen habe ich zu dir gesagt, hast du eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus, oder ist das nur so ein bisschen christliches Haud'oeuvre, so, weißt du, was ich meine? Aha, 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 aber meinst du nur, wenn du eine lebendige, meinst du nur, wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, wirst du gerettet? Ja, du musst Buße tun, umkehren von deinem, äh, sündigen, äh, Natur, die du hast in dir, ne, und bereuen, deine Schuld vor ihm bereuen, und ihm nachfolgen, auf Schritt und Tritt, dein Kreuz aufgestimmt. Aber ich sag mal so, jetzt mal ganz ehrlich, du hast jetzt gesagt, ob man lügt, was ist denn für dich, ist das für dich so eine Sünde, sagen wir mal, was ist denn schon eine Lüge? Wer lügt denn nicht? Wenn ich dich manchmal, wenn ich dich frage, wie geht's dir, und so sagt er, so redet die Schlange, ne, komm, ist doch nicht schlimm, was ist denn bloß das? Ist doch nicht schlimm, komm, eine Lüge können wir machen, so nach dem Motto, richtig. Ja, aber was ist denn schon eine Lüge für dich? Zum Beispiel belügst du Leute in so gravierenden Sachen, wo Leute Verluste dadurch haben, oder dich und das, du hast jetzt gesagt, hast du schon mal gelogen? Natürlich habe ich schon mal gelogen. Ich erzähle ja auch nicht, keine Ahnung, ich sag mal jetzt, ne, ist halt so, man sagt nicht jedem alles oder nicht immer die Wahrheit. oder nicht immer die Wahrheit. aber wenn du das so ausdrückst, wie du das sagst, Lügst du manchmal? Lügst du manchmal? Es ist bewiesenermaßen, dass wir mindestens 20, 20 Mal am Tag am Lügen sind. Unbewusst. Ja, aber das manchmal. Hättest du jetzt aber was anderes zu mir gesagt, ob ich zum Beispiel irgendwelche anderen Sünden so habe, ne, könnte ich zu 99,9% sagen, nein. Aber du hast mich jetzt nach... Wie viele Sünden hatten denn Adam und Eva? Jebbiger, die haben aber auch nur ein Verbot gehabt. Ja, genau. Die haben eine Übertretung gemacht und Gott hat sie aus dem Paradies gespissen. Nein, nein. Die haben viel Übertretung gemacht. Die hatten alle Feierabend. Was meinst du, was Gott mit den Menschen macht, die ohne Ende die ganze Zeit am Sündigen sind? Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, dass die nicht gut fahren werden, aber ich weiß es nicht. Was der, was der, der Jesus Christus sein Plan ist, weiß ich nicht. Nur der kann in die Herzen der Menschen gucken. Genau. Der Herr Jesus Christus kann in die Herzen der Menschen gucken. Der Mensch ist aber dazu verpflichtet, eine aufrichtige Entscheidung für den Herrn Jesus Christus zu tun, um Buße zu tun, umzukehren und ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Von neuem Geburten werden. Hast du recht. Hast du recht. Und das, was du predigst, ist auch richtig und ist auch gut. Hast du recht. Und das kann man nicht oft genug sagen, ist normalerweise so, aber in der, in der Gesellschaft, ich sage mal so, das ist nicht nur, dass das verkommen ist, das ist gut. Ich finde gut, was du machst. Und, aber in der Gesellschaft, deswegen für Leute, zum Beispiel, ich bin ja Christ. Ich kenne ja diese ganzen Gebote. Ich habe ja zum Beispiel schon mal nicht dieses Problem, dass ich, dass ich erst mal diesen Weg finden muss. Aber, deshalb, aber selbst in der Gesellschaft ist es auch für Christen schwierig, weil, das andere überschlägt dann halt so. so, ne? Ja. Aber, wie gesagt, wir halten uns an die Gebote Gottes, was ja auch, die Kirche, was wir durch, gesteckt haben, wenn du die Gebote Gottes hältst, du wirst es nicht hinkriegen, du musst den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Heilern annehmen, glauben an das, was der Herr für dich am Kreuz getan hat, du musst umehren von deinem alten Leben, du musst das alte, ich muss absterben und das neue muss geboren werden. Willst du mir jetzt sagen, dass das, was ich bis jetzt mache, nicht gut ist? Ich weiß ja nicht, was du in deinem Leben getan hast, ob du einfach auf die Kirche du hast jetzt allgemein gesprochen, du hast jetzt allgemein gesprochen, ja gut, also ich bin schon auf einem guten Weg, natürlich kann man immer so ein bisschen was besser machen, aber im Großen und Ganzen Du hast mich null verstanden, das ist so richtig unvorstellbar. Warum das denn? Da musst du dich besser ausdrücken, Nein, ich habe zu dir gesagt, mein Lieber, gab es einmal einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du dich bewusst für den Herrn Jesus Christus entschieden hast? Und ich will nicht von dir hören, ja, ich habe mich getaufen lassen und ja, nein, 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 ey, das habe ich jeden Tag. Jede meiner Entscheidungen ist damit verbunden, ob das im Einklang mit meiner Religion ist, mit meinem Glauben. Wieder sagt der Religion. Dann zieh nicht wieder die Augenbrauen hoch jetzt, zieh wieder, aber Religion und Glaube ist für mich eins. Ich sage das nur so, das ist für mich halt der Begriff. Du kannst das vielleicht nicht verstehen, weil du bist ja, du bist ja, was heißt, nicht konvertiert, du bist ein wiedergeborener Christ und deshalb, du verstehst nicht, wenn ich hier sage, Religion und Glaube ist für mich eins. Also das, was ich als meinen Glauben sehe, glaub mir, ist auch dein Glaube. Ich danke dir, mein Lieber, dass du dabei warst, Gott segne dich. Hey, warte, wohin mit mir? Wohin mit mir? Ja, raus! Das bringt da nichts, du möchtest ja nichts verstehen. Das ist das Problem. Du möchtest da nicht verstehen. Es tut mir leid. Das ist gar nicht gut hier. Hallo, Amir. Hallo, meine liebe Gott segne dich von deiner Familie. Dankeschön, dich natürlich auch. Amir, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich habe gedacht, ich frage am besten mal dich. Wir würden gerne im Juni unseren kleinen Sohn taufen lassen. Und irgendwie bin ich mir jetzt unsicher, macht man das in der Kirche oder lieber eine freie Taufe? Oder es gibt ja teilweise auch Menschen, die lassen sich erst mit 14 oder 15 taufen. Was würdest du mir denn empfehlen? Dein Sohn, du musst ihm das erklären, was er zu tun hat. Er muss Buße tun und er muss auch von neuem geboren werden, der Kleine. Du musst ihm also erzählen, was der Herr Jesus Christus für ihn getan hat. Und du musst sagen, dass wir alle schuldig sind vor Gott und er auch in seinem Leben gelogen hat und sich verunreinigt hat vor Gott und dass er auf die Knie gehen sollte und Jesus Christus als sein Herrn und Heiland annehmen. Das ist das Wichtigste. Entschuldigung, Amir, der ist ein Jahr alt oder der ist bis dahin ein Jahr alt. Das habe ich mir selbst gesagt. Ein Jahr alt, der ist doch gerettet. Ja, Entschuldigung. Ein Jahr alt, ich bitte dich. Da brauchst du nicht. Du sollst ihm das erklären, sobald er größer wird, musst du ihm das erklären, was er zu tun hat. Durch dich hat er eine gute Chance, Jesus Christus ja kennenzulernen und gerettet zu werden. Was bedeutet das jetzt? Sollen wir ihn taufen lassen oder nicht? Natürlich nicht. Was bringt das denn, wenn er sich taufen lässt? Er konnte sich doch gar nicht freiwillig dafür entscheiden. Also der Hauptgrund, warum ich ihn taufen lassen möchte, ist eigentlich, weil ich Angst habe, wenn er stirbt aus irgendwelchen Gründen, dass er einfach in den Himmel kommt. Das wäre so der Grund, warum ich das machen würde. Die Taufe ist doch nicht rettend. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, das ist die rettende Botschaft. Du musst ihm erst mal erklären, was zu tun ist. Ein einjähriges Kind ist doch unschuldig vor Gott. Der kackt doch in die Windel. Ja, das weiß ich ja nicht. Meine Liebe, ein einjähriges Kind hat doch noch gar kein Bewusstsein für Sünde. Ja, und dass es mal sieben ist und lügt oder stiehlt oder keine Ahnung was. Ja, deswegen habe ich doch gerade zu dir gesagt, wenn er etwas größer wird, etwas mehr versteht, musst du mit ihm über Jesus reden. Sobald das Bewusstsein einsetzt und er auf einmal anfängt, hier und da mal etwas zu verstecken, zu klauen oder zu lügen oder sowas, dann musst du mit ihm darüber reden. Du musst mit ihm beten, du musst ihm Jesus Christus näher bringen, lest ihm die Bibel vor, erklär ihm, wer Jesus Christus ist. Durch dich hat er ja eine gute Möglichkeit, Jesus kennenzulernen, den Herrn Jesus. Ja, okay. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also, es war jetzt eigentlich nicht das, was ich mir erhofft habe, aber okay. Ich hätte es eher gedacht, ich finde Rat bei dir. Ja, wenn du einen Rat haben willst, dein Sohn ist eh gerettet, weil er ein Jahr ist. Der macht doch nur Kacke in der Windel und hat doch gar keinen Bezug zur Sünde, der Kleine. Ja, ich will halt nicht, dass er religionslos stirbt, falls mal doch was passiert. Gott, was ist denn los mit euch? Warum religionslos? Ein einjähriges Kind hat doch noch gar keine Ahnung von nichts. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja, aber warum muss man dann im Erwachsenenalter eine Religion angehören und im Kindesalter nicht? Bitte sei nicht so zu mir. Ich habe wirklich keine Ahnung und deswegen bin ich hier drin. Ich will dir auch nicht irgendwie auf den Schlips treten oder dich ärgern oder so. Ich mache das jetzt nicht irgendwie. Deswegen versuche ich dir das ja zu erklären. Du musst mich auch verstehen. Der Kleine, der braucht überhaupt gar keine Religion. Er braucht eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Der Herr sagt ja in Johannes 3, Vers 3, die Menschen müssen von neuen geboren werden. Das ist das. Der Schlüssel zur Vergebung ist die Wiedergeburt. Du musst ihm Jesus Christus näher bringen. Aber jetzt, da hat er noch gar keinen, der hat noch sein Verstand ist noch gar nicht eingesetzt. Er weiß doch nicht mal, wo oben und unten ist. Der kann doch nicht mal links von rechts unterscheiden. Gar nichts. Der ist doch noch ein kleines Baby. Unschuldig. Verstehst du, meine Liebe? Ja, okay, alles. Ja, danke, Anja. Wenn ihm etwas passieren würde, würde er sofort ins Himmelreich gehen. Ja. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Du sollst ihm, wenn er etwas größer wird, die ganze Zeit von Jesus Christus erzählen. Das ist das Wichtigste. In den Religionsunterricht geht dann, wenn er zum Beispiel in die Schule kommt und dass er dann Konfirmationsunterricht macht, so wie ich auch. Vielleicht auch in die Jungschar geht oder irgend sowas in die Richtung. Das geht ja alles nicht, wenn er nicht getauft ist. Die nehmen ja nur, also bei uns auf jeden Fall ist es so, die nehmen nur die Kirchenanhänger halt mit rein. Ja, dann suchst du dir eine bibeltreue Gemeinde. Die haben auch ihre eigenen, ähm, äh, sag mal schnell, ähm, Betreuungsdienste und alles Mögliche. Das ist doch gar kein Problem. Das, was die Großkirchen da machen und alles Mögliche, das ist der absolute Wahnsinn, Mann. Such dir einfach eine normale bibeltreue Gemeinde und, äh, wird dort ansässig und, äh, versuch so viel auch von deinem Glauben zu lernen, sodass du deinen Sohn auch lehren kannst. Ja, okay, alles klar, Amir. Ich danke dir trotzdem. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Tschüss. Ja, möge der Herr sie begleiten. Schalom, Bruder. Hallo, mein lieber Gott. Denkst du schon deine Familie? Ich finde es echt super, was du hier so leistest hier im TikTok. Ach, was alle ihre dem Herr Jesus Christen. Ja, aber ich meine, man kriegt halt viele Anfechtungen, ne? Ja, damit muss man rechnen, ne? Ja, äh, ja, ich habe heute, ähm, ja, ein Thema, ein Gesprächsthema gehabt mit meinem Bruder und hab, äh, ich hab gestern, ich war schon gestern bei dir, gestern, so, um, ich weiß, du warst gestern noch sehr spät online. Oder live, besser zu sagen. Habe ich auch so ein bisschen zugehört, so, was sie so alles so mit dir reden. Und dann habe ich das auch so mit meinem Bruder so ein bisschen besprochen, was ich da alles so gehört habe in den live, ne? Und, äh, wir sind auch schon jahrelang Christen, ich sag mal so, schon von Kind auf damit groß geworden. Weißt du? Ja. Manchmal finde ich das irgendwie ein bisschen schade, dass ich damit gleich schon so groß geworden bin. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, ne? Aber, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, du warst Moslem, hast Jesus erkannt, ne? Und das hat dich halt total umgehauen, ne? Ja, natürlich, klar, wenn du über die Leberte ... Und ich bin einfach damit groß geworden. Verstehst du, was ich meine? Ich kann mich schon erinnern, so, seit ich denken kann, habe ich schon gebetet. Meine Mutter hat gesagt, ja, du musst Jesus einladen in deinen Herzen. Da war ich vielleicht vier Jahre alt. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, dann kam die Jugend. Ja, gut, dann hast du mal vielleicht nochmal in der Kinderstunde, dann die Jungschar nochmal mit zwölf gebetet, dann nochmal mit 17, ne? Also ich meine, bis wenn man dann erstmal wirklich, wirklich begriffen hat, um was es eigentlich geht, ne? Und, äh, ja, das fand ich halt wirklich inspirierend, was du da ... Weil du hast da ja so eine Debatte gesehen, oder was, ne? Und da habe ich jetzt so ein bisschen mit meinem Bruder gesprochen und da habe ich einfach eins gemerkt, ein Herz, der nach wahre, nach die Wahrheit sucht, ob er Katholik ist, ob er Moslem ist, egal was, Gott sieht sein aufrichtiges Herz und lässt ihn, lässt sich offenbaren. Er offenbart sich den Menschen, der wahrhaftig ist, wonach wirklich nach Jesus oder nach die Wahrheit sucht und Jesus ist die Wahrheit. Also wo stoßt du? An die Wahrheit, an Jesus. Und das ist super, was du da machst. Ich finde, mach das weiter so. Ich habe jetzt kurz noch mal so zugehört, wegen der Sabine. Ich glaube, die hat selber gar nicht gewusst, was wiedergeboren ist, Amir. Ja, ich weiß. Das ist das Traurige. Ja. Also den Menschenfleisch auch noch mal, ja, die hat, ja, also bei uns ist es so, Kinder, wie du schon gesagt hast, Taufen, das ist total unbiblich. Das haben ja die, sag ich mal, die katholische Kirche mal damals irgendwie in die Welt gesetzt. Was bei uns immer ist, wenn jetzt ein Kind geboren wird und, ne, dann lassen wir es halt in die Gemeinde vom Pastor einsegnen oder so, ne. Ich habe kein Problem damit, wenn Kinder getauft werden, aber vorher sollte man den Kindern beibringen, was der Glaube an Jesus Christus bedeutet. Man muss sie aufklären darüber und wenn das Kind das verstanden hat, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass das Kind getauft wird. Das ist doch vollkommen legitim. Ja, aber jetzt ein Jahr, ich meine ja, die lassen ja solche nicht auf. Ja, genau. Das Kind muss ja am eigentlichen gewissen Alter, ne, das Kind muss ein gewisses Alter haben, wo man mit ihm redet, dass er das auch versteht, verstehst du? Oder man muss das Kind so näher bringen, damit er das Ganze auch begreift. Ja, also Amir, eine Frage habe ich noch. Also mich jetzt beschäftigt so ein paar Sachen von der Bibel, ne. Und ich meine, wie gesagt, man hat Freunde, man hat Verwandtschaft und es gibt und es gibt ja mittlerweile trotzdem verschiedene Lehren von Gemeinden, sage ich jetzt mal, ne. Dann gibt es da die Pfingstbewegung, dann gibt es da die Baptisten oder, ne, so verschiedene Lehren. Und was uns so momentan wirklich so viele beschäftigt, ja, dann kommt so immer so die Streitfrage, kann man als Christ noch mal verloren gehen? Mich würde es einfach mal interessieren, was so deine Meinung dazu so ist. Ja, Gläubige können natürlich verloren gehen, aber Kinder Gottes können niemals verloren gehen, weil der Herr Jesus Christus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, ich gebe ihnen ein ewiges Leben. Verstehst du? Du bist also verliebt mit dem Heiligen Geist. Ja, ja, genau, natürlich. Ja, aber was denkst du dann, jetzt ein Beispiel wie Judas, Judas ging ja verloren. Natürlich. Meinst du nicht, dass der war, sag ich, er war ja ein Nachfolger Jesu eigentlich. Ja, und trotzdem, ein Nachfolger Jesu heißt ja auch nicht gleich, dass du auch wirklich dem Herrn Jesus Christus dienst und ihm nachfolgst, nur weil du Jesus so so verliebst. Ja, das sind so Sachen, wo mich auch so ein bisschen beschäftigt, aber es gibt halt dann wieder so Sachen in die Bibel, wo ich sage, okay, du kannst die Krone des Lebens verlieren, dein Name kann aus dem Buch des Lebens wieder getilgt werden. Genau, wenn du nur teilhaftig geworden bist des Heiligen Geistes, wenn du also nur wieder rausgegangen bist, das ist kein Du meinst die Stelle von Hebräer, ne? Genau, Hebräer 6. Ja, das ist aber auch genau die Stelle in den Glaube, wenn du einfach reingekommen bist, den Heiligen Geist schmeckt das sozusagen, das ist ein Absichtspotis, aber wenn du bist, kannst du natürlich abwarten, aber gerade die Stelle von Hebräer, gerade die Stelle von Hebräer, die geht ganz, ganz mehr tiefgründiger. Ich habe das auch immer so gedacht, aber ich habe mir da mal eine Predigt angehört, die ging zwei Stunden lang und der nimmt das richtig auseinander und du kannst es auch mitforschen und wenn du das richtig lesen tust, ja, dann sind damit Christen gemeint und nicht nur die, die geschmeckt haben. Ja, ich habe es gerade gesagt, teilhaftig, teilhaftig, aber nicht versiegelt. Ja, aber es ist, also er legt es irgendwie anders da aus, also er legt es auch aus, das ist jetzt viel zu lange das alles zu erklären, aber er legt es aus und dass es an Christen gemeint ist, also es war ein Christen gemeint, aber er legt es so aus, wo er sagt, wenn du einmal in die Buße warst und einmal von Neuem geboren wirst, weil es steht ja dann in die Stelle, für die Menschen ist es unmöglich, wieder zur Buße zu kommen. Ja, und dann hat er das halt der Prediger da so ausgelegt, dass es so gemeint ist, dass wenn du schon mal wiedergeboren bist, kannst du ja praktisch nicht wieder zurückgebildet werden in Leib und nochmal wiedergeboren. Du bist nur einmal wiedergeboren und bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, alles andere ist Wischiwaschi, alles andere kann vom Glauben abfallen, aber ein wiedergeborenes Kind Gottes, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, kann nicht verloren gehen, denn niemand vermag sie aus den Händen des Herrn Jesus Christus zu reißen. Das muss mir immer klar sein, Gläubige und Wiedergeborene, diesen Unterschied musst du immer machen. Ja, aber das ist halt so ein Thema, wo mich ein bisschen abschreckt, weil ich sage, weil dann sagen viele, ja gut, dann war der nie wiedergeboren, aber du kannst nicht in dein Herz reinsehen. Verstehst du, was ich meine? Der beste Vortrag, mein Lieber, der beste Vortrag, den du dir anhören solltest, ist von Roger Liby. Können Erlöste verloren gehen? Nimm dir davon Zeit. Ja, Roger Liby, ich hätte man auch ganz, ganz, ja, manche Sachen sehr gerne, aber manche Sachen sehe ich wieder ein bisschen anders wie Roger Liby. Weißt du, wenn es gerade die Geistesgaben sind, also ich bitte dich, der hat ja wein aus mehr wissen als 99% der Christenheit, die wir hier rumzulaufen sehen. Ja, weißt du, aber weißt du, Wissen ist, natürlich, man kann, du weißt, aber gerade manchmal die Schlauen sind manchmal auch verblendet. Verstehst du, was ich meine? Ja, gut, aber du siehst, dass er das auch prüft und ganz genau zeigen, wo was zu verzeichnen ist und was diese ganzen, was halt dann ein bisschen gefährlich ist, man kann das mal so als Christ aufnehmen, du, ich bin jetzt bekehrt, ich bin wiedergeboren, vielleicht denkt der Mensch es auch, dass er wiedergeboren ist und okay, jetzt kann ich tun und machen, was ich will oder ich gehe jetzt eh nicht mehr fördern, verstehst du, was ich meine? Ich habe es halt leider schon von vielen so wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, mein Lieber, danke dir, dass du dabei warst. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, gell? Alles klar. mach's gut, Ciao. 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 Servus, Gott segne dich und deine Familie. Und zwar werde ich dir jetzt einmal eine Frage stellen und ich möchte, dass du mir wirklich sehr ehrlich antwortest. Ähm, und zwar, wer hat denn die Bibel geschrieben? Bitte? Wer hat denn die Bibel geschrieben? Es waren die Jünger des Herrn Jesus Christus, die Apostel und alle. Okay, haben Sie recht. Und zwar wollte ich das noch sagen, ich möchte sehr gerne in die reingehen. Oh, oh, ich muss sehr gerne in die reingehen. Nein, was sei ein Dreck auf, ich muss sehr gerne in die reingehen. Ich muss sehr gerne in die reingehen, sie geile Sau. Du kommst hier nie wieder hin. Nie wieder kommst du hier hin. Nie wieder. Für alle Ewigkeiten blockieren. Du kommst nie wieder hier hin. Raus. Bye, bye. Komm nicht mehr hier hin, du alter Dämon. Komm nie wieder hier rein. Komm bitte nie wieder her. Und beleidige meinen Herrn. Das geht. Hallo? Das geht, hallo? Was ist denn? Ja, ich habe es. Ich wollte dich nun mal gefragt haben, wegen gestern deinem Live, hast du doch irgendwie erzählt, dass Mohamed Almosen angenommen hat. Ich versuche nur die Soura die ganze Zeit, findet ihr aber nicht. Ja, Soura 58 Festival. Der Moneymaker. Mohamed war ein richtiger Moneymaker. Heftig. Der wusste genau, wie man Business machte. Der hat von Leuten, hat er das ganze Besitztümer abgezockt. Und dann hat er die Leute erst mal dazu aufgerufen, ihm Spenden zu geben, damit er mit ihnen redet. Wahnsinn. Alles dreht sich um Frauen und Geld. Heftig. Cash rules everything around me. Dollar, dollar bill, ja. Ich bin fast so, ich bin aufgerüstet. Das ist der Song. Cash rules everything around me. Ja? Ja, früher auch. Ich bin früher auch. Vierfund Jahre oder so. Ich höre dich so undeu- also ich höre dich nicht so deutlich. Ich habe nicht so gut Netz, glaube ich. Du hast nicht so gut Netz. Ja. Ich habe nicht so gut Netz, glaube ich, ja. Was sagst du eigentlich über die Wissenschaft, wollte ich dich mal fragen? Ja, die Wissenschaft besteht nicht mehr die Bibel. Ist doch wundervoll. Aber die Wissenschaft sagt, dass Adam und Eva nie existiert haben. Kannst du googeln? Ja, doch, klar. Die Wissenschaft hat es tätig. Oder hier... Wir haben doch Gartenlieben. Wo ist denn der Garten Eden? Wo ist der Garten Eden? Kann ich dir das sagen, weil ich lebe auf der Erde, in diesem Universum, Müllstraße. Verstehst du das? Der Garten Eden ist in Irak. Wie? Der Garten Eden, wo Adam und Eva gelebt haben, ist in Irak. Da hast du mir was beigebracht. Da siehst du, warum setzt du dich denn nicht auseinander? Da hast du mir was beigebracht. Weil er hat mir auch... Der Herrgott hat seine heilige Schrift durch einen Beduinen namens Mohammed finden lassen, in den Qumran-Höhlen. Und da hat die ganze Welt gestaunt, als die heiligen Schriften des Propheten Jesaja gefunden wurden. Und sie lückenlos perfekt mit unseren Bibeln übereinstimmen. Wahnsinn, ne? Ich verstehe ja, was du sagst. Ist das nicht grandios? Das ist schon grandios, aber ich habe es auch gesehen, was die meisten Sachen, die du hier sagst, die stimmen. Ich bin auch schockiert, weißt du, was ich meine? Aber was soll ich dir sagen, ne? Viele wollen das da nicht sehen. Du siehst also, dass der Herr uns hier nicht im Stich lässt und Muslime auch nicht aus ihnen einen Hampelmann machen können, ne? Weil sie behaupten ja, dass Gott unfähig war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. An so einen Gott kann ich niemals glauben, dass das so ein Hampelmann ist. Weißt du, was ich meine? Kann ich verstehen, ne? Ja, was für einen Sinn ergibt das denn? Ich wollte dich mal was fragen. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist, aber er nicht Menschen aufhalten kann, die gerade sein Wort am Verfälschen sind. Was ist das denn bitte? Unvertrauenswürdig. Ich weiß ja, dass es nicht stimmt. Ich persönlich weiß ja, dass es nicht stimmt. Nur, was ich mich halt frage, ist, wenn du bei Google zum Beispiel wieder reinschreiben würdest, ne? Wie wahrscheinlich ist die Existenz von Gott? Da kommst du mal so einer Zahl raus. Kannst du ja mal googeln. Vielleicht kannst du die mir mal zitieren. Ja, die Existenz von Gott, du siehst ja anhand von dir, deinem komplexen Körper. In deiner DNA befindet sich sogar der Name Yahweh. J-H-W-H. Das macht Gott. Halleluja. Da habe ich schon was ganz anderes gehört, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie. Von Charles Stein. Ja, du hast schon wieder ganz anderes gehört. Und dann, wenn du etwas sagst, sagst du auf einmal, danke, ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe was anderes gehört und bei Dr. Scherer wollen wir auch danke für das. Ich habe das ja nicht von irgendjemandem gehört. Ich habe das ja von Wissenschaftlern gehört, ne? Ja, okay. Okay, ich danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Ciao. 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 Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, möge Allah dich auch recht leiten. Ich habe nur eine Frage. Was würdest du eigentlich machen, wenn es den Islam nicht gibt, wenn es den Ausdruck Muslim nicht gibt? Wärst du dann ein No-Name? Dann wäre ich so glücklich und müsste mich nicht mehr mit euch rumschlagen und dieses Wesen namens Allah auf die gute Tatsache. Ja, aber Habibi, du heißt ja Ex-Muslim. Du benutzt ja... Ja, ich sehe. Ja. Du weißt, wohin das läuft, ne? Ja, dann könnte ich mich genau ausruhen und müsste mich nicht von morgens bis abends hier bedrohen lassen und beleidigen lassen und das hast du nicht gesehen, ne? Bruder, es beleidigt dich doch da. Oh, doch, wenn ich einiges klarstelle. Lecum binecum wal yadin. Dir, dein Glaube, mir mein Gott. Ja, ja, es wurde Al-Kafidun. Wurde durch Summe 9, Vers 5 aborgiert. Mein Lieber, ist doch alles gut. Mein Lieber, mein Lieber. Weißt du, was ich wirklich witzig finde? Ich finde das sehr witzig, dass eine Ziege Allah fertig gemacht hat. Allahu Alem, was du da redest. Also, ich weiß ja nicht, was du durcheinander wirfst. Aber wie gesagt, Sag mal, Gott sei Dank, gibt es den Islam? Ich konnte mit dem Islam Promotion machen. Das war für mich der Promokick überhaupt. Ich bin so unglücklich, dass es den Islam gibt. Was meinst du? Du denkst, ich habe nichts Besseres zu tun, als hier den Islam auf dem Boden der Tat zu holen. Ihr seid von morgens bis abends Menschen am Nacken therapieren. Die ganze Menschen hauen ab vor den Islam. Verstehst du, weil diese Religion so unterdrückerisch ist. Findest du? Und du kommst hier hin in Europa, lebst in Saus und Braus in Freiheit und hast noch nicht einmal unter der Scharia gelebt. Dann würdest du hier mit mir sind zu sagen, Leute, ihr müsst Doktor Scheich Abu Amin, ihr müsst ihm helfen, ihr müsst ihn supporten. dass Doktor Scheich benimmst du aus dem Islam? Amir, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Lieber. Echt dir auch, mein Lieber. Möge Allah dich links leiten. Mein lieber Ex-Muslim, mein lieber Ex-Muslim. Möge Allah dich links leiten mit seinen zwei linken Händen. Ciao. Ja, Möge Allah dich auch recht leiten. Möge Allah dich links leiten. Allahu, Allahu, jetzt singen die sogar noch für Allah mit Trommeln und alles. Kennt ihr das? Da gibt es sogar Leute, die singen sogar für Muhammad. Ich denke mir nur so, ey, wenn Muhammad leben würde und diese Muslime sehen würde, ey, der würde die alle Nacken therapieren und diese Leute lieben ihn auch noch. Das ist ja das Kranke, was ich nicht verstehe. Stockholm-Syndrom. Das ist geisteskrank, wo wir gelandet sind, Mann. Muhammad verflucht diese Leute, die Musik machen und dann siehst du auf einmal, dass die für Muhammad singen. Na, Nabi Muhammad Lalalalalala Genau wie dieser gehirngewaschene deutsche Konvertit, dieser Björn, der benutzt ja auch die ganze Musik in seinen Hintergrund. Das ist auch krank, ey. Die wissen gar nicht, was die da getan haben, sie in diese Religion einzutauchen. Mann, 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 so krank. Kamellurin von Muhammad. Kamellurin empfohlen von Muhammad. Das ist auch einer meiner greatest Hits. So, was haben wir denn hier? What we have here? Kamellurin, das schmeckt gut. Komm, nimm einen Schluck und drück den Druck. Kamellurin. Hallo? Hallo, Amir. Boah, du hast aber eine Stimme. Hallo, Amir. Ja. Was ist los mit dir? Hast du trockenen Hals? Nein, nein, ich habe so eine Stimme. Ach so, du musst mal ein bisschen Milch mit Honig trinken, das beruhigt die Stimme. Ja, ich äh, ich mag keinen Honig. Kannst ja trotzdem Tee trinken, das beruhigt ja auch, das ist ein Hals. Ja, ich habe so Lutschbombung, das geht schon. Aber ich habe eine Frage in Bezug der Bibel. Ja. Ich bin gerade mit dem Alten Testament durch und jetzt, ja, im Neuen Testament, aber ich habe da ein bisschen Probleme beziehungsweise tue mich schwer, dass, ja, der Jesus Christus halt im Alten Testament schon manche Völker bestraft hat, Amelikiter, auch wenn die heftig gesündigt haben, ne, aber im Neuen Testament sehen wir da auf einmal, dass Jesus dann sagt, ähm, liebe deinen Feind und, äh, wie kann man das verstehen, dass es im Alten Testament ... Mein Lieber, du darfst den Alten Bund nicht mit dem Neuen Bund vermischen. Der Herr Jesus Christus kam ja in das Seine und dann hat er den Neuen Bund mit den Völkern geschlossen und der Neue Bund gilt für uns und das ist Matthäus 5, Vers 43, auch wo er gesagt hat, liebend eure Feinde, ihr habt gehört, was gesagt wurde, ich aber sage euch und er spricht damit vollste Autorität, das, was ich meinem Volk gesagt habe, ihr habt gehört, ich aber sage euch das und das, verstehst du? Es ist derselbe Gott, der Herr Jesus Christus ist sowohl purer Zorn als aber auch pure Liebe, verstehst du? Gott ist ja gerecht und als ein gerechter Richter muss er das bestrafen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, mein Lieber, das darfst du nie außer Acht lassen. Ja, okay, aber halt das, ja, dieser, der Unterschied halt zum Alten und Neuen Bund, also wie ... Es ist überhaupt kein Unterschied, es ist immer noch der liebende Gott, immer noch der liebende Gott, und er hat einen Neuen Bund mit den Menschen geschlossen. Der Alte Bund war mit seinem Volk Israel, bis der Herr Jesus Christus selber als Messias kommt und er kam und hat den Neuen Bund dann gemacht. Heißt, wenn irgendwann wieder neue Völker sind, wie kann das passieren? Am Kreuz von Golgatha ist ja alles geschehen. Es ist vollbracht, sonst hätte der Herr Jesus Christus ja nicht gesagt. Es ist vollbracht und das ist der letzte Satz aus dem Psalmen. Psalm 22, der ganze Leidensweg des Messias. Ja, das heißt, wir sollen den Feind lieben, aber nicht die Sünde. Das ist nicht. Du sollst natürlich das Kind beim Namen nennen. Du musst deinen Weg gehen mit dem Herrn Jesus Christus und das Kind auch beim Namen nennen, wenn etwas böse ist und die Finsternis auch aufdenken, wenn du kannst. Keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Du siehst ja, wie viele Denominationen es gibt und viele Irrlehrer sich rumtummeln. Oh ja. Selbst der Apostel Paulus sagt, man sollte ihnen den Mund stopfen. Der Apostel Paulus sagt das, diesen ganzen Irrlehrern, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, die Gesetze um Gnade vermischen und sowas. Verstehst du? Ja, das stimmt. Also Muslime kann man ja in dem Sinne noch verstehen, wenn sie sagen, dass... Sie sind ja außerhalb des Christentums. Was interessieren mich die, die außerhalb sind? Haben wir nicht die zu richten, die innerhalb unserer Christenheit sind, die sich reingeschlichen haben? Die Muslime sind doch nicht innerhalb des Christentums. Sie haben irgendeine andere Religion. Was ist das? Ja, aber es ist schon herbe, dass so eine große Spaltung im Christentum... Ja, das macht der Herr Satan. Diese Spaltung. Ja, schade. Schade, dass da halt viele Denominationen, so Katholiken, Orthodoxen, Mormonen... Deswegen sagt der Herr ja, der Herr Satan ist gekommen, um zu zerstreuen. Ich bin aber gekommen, um alles zu sammeln und wieder zueinander zu bringen, sozusagen sinngemäß. Verstehst du? Ja, ja. Ja, mir dann bedanke ich mich. Gerne, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Alter, mein Jesus Christus-Fest, ne? Ja. Du hast dich nicht durcheinander bringen. Jesus Christus liebt dich und will dich auch retten, genauso alle anderen auch. Okay, Armin, vielen Dank. Gottes Segen, mein Lieber, ja? Ja, Gottes Segen. Okay, ciao. Ciao. Oh, happy day. Oh, happy day. Hallo? 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 Komm und rede mit dem Doktor-Schech. Hallo? Hallo? Kamilurin, heute nur für dich im Angebot. Trink ein dickes Schluck und dann geht's dir wieder so gut. Hey, komm und rede mit dem Doktor-Schech. Hallo? Hallo? Sag doch endlich mal einen Ton zu mir. Hallo? Ich gehe kaputt. Hallo? Hallo? Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Aber gut, bis bald. Was ist denn los mit den Leuten, Dicke? Du bist denn alle, aber ich glaube, ich bin damit beschäftigt. Happy day. Have a clear? Yeah? Come on, we live, dude. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Was geht's? Ich wollte mal fragen, fasst es so? Ja, du warst doch gerade hier drin. Ja, ich hab, äh, Dicke, ich spiel nebenbei FIFA. Ich hab's nicht gesehen, weißt du? Was sagst du? Ich spiel nebenbei FIFA. Ich hab dein Ding nicht gesehen. Fasst es so? Du spielst nebenbei FIFA? Ja, ja, also ich hab ja keine Meldung bekommen oder so, weißt du? Warum holst du nicht deine Bibel raus und liest ein bisschen die Bibel anstatt so ein blödes Spiel zu spielen? Was soll ich machen, ne? Ist doch nicht schlimm, oder? Wenn ich ein bisschen spiele. Bitte? Ist doch nicht schlimm, wenn ich ein bisschen FIFA spiele, oder? Aber wäre es nicht besser, wenn du ein wenig die Bibel rausholen würdest und ein bisschen Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben? Ja, aber mal eine andere Sache. Ich wollte dich fragen, fasst es so? Jetzt fühlt es sich auf einmal unangenehm, als ich dir die Frage gestellt habe, ne? Wieso denn? Ist es dir nicht unangenehm? Deine Zeit mit FIFA zu verschwenden, obwohl du die Zeit mit Jesus Christus verbringen könntest? Naja, was heißt das denn jetzt? Im Endeffekt, wenn ich so... Was heißt, du sollst eine Gemeinschaft mit deinem Gott haben? Jesus Christus liebt dich. Liebst du ihn denn nicht? Natürlich, aber Bruder, das heißt doch nicht, dass ich jetzt 24-7... Hab ich gesagt 24-7? Hast du heute die Bibel gelesen? Sei heilig. Nein, hab ich nicht. Weißt du, so ist das. Mit ihrem Mund lieben sie mich, aber ihre Taten sind fernab von mir. Heftig, ne? Guck mal, deswegen bin ich doch hier und ich will dich fragen, fasstest du? Ich fasste, aber ich sage es niemandem. So wie der Herr das sagt, wenn ihr fastet, lasst es niemandem wissen. Euer Vater im Himmel wird es euch gut schreiben. Also vergeht. Und ich wollte fragen, wie fasstest du? Bitte? Wie fasstest du? Wie fasstest du? Ich fange ab einem gewissen Zeitpunkt an, nichts mehr zu essen und höre ab einem gewissen Zeitpunkt dann wieder auf. Manchmal esse ich 20 Stunden lang nichts. 20 Stunden oder 15, 20... Wie fasst das einfach so? Aber ich sage das niemandem, ich sage das niemandem und ich sage auch nicht, wie lange ich das mache, wie viele Tage oder so. Das bleibt immer ein Geheimnis. Bei mir hörst du niemals, dass ich sowas sage. Musst du nicht so 40 Tage oder so? Nee. Kann ja niemand aushalten, wie der Herr Jesus Christus. Würdest du so fasten wie der Herr? 40 Tage und 40 Nächte nichts essen und trinken? Wieso nichts trinken? Wir sind ja doch keine Moskens. Trinkst du auch nichts? Trinkst du auch nichts? Doch, klar trinke ich was, aber überlegen... Aber du isst einfach nichts. Nichts und dann am Abend ein bisschen was, ja. Man passt doch eigentlich vom Aschermittwoch bis Ostern. Das ist alles menschengemachtes Zeugs vom Aschermittwoch bis da und da. Hat der Herr gesagt, du sollst an einem gewissen Datum das machen, wenn du fastest, sagt der Herr. Wenn du fastest wolltest, dann sollte das erstmal niemand wissen und zweitens solltest du nicht so wie die Heuschler sein und dass die Leute wissen lassen. Verstehst du? Okay. Ja. Und jetzt bitte ich dich, dass du FIFA ausmachst, deine Bibel zur Hand nimmst und ein wenig das Johannes-Evangelium liest. Kannst du mir eine Bibel schicken auf korrekt? Ich würde die dann auch lesen. Du kannst dir eine bestellen auf kostenlosebibel.de. Ja? Und macht das denn so viel Unterschied? Wir sehen mal so voll viele Schlachter 2000, dies, das, weißt du? Schlachter 2000. Wie heißt du? kostenlosebibel.de. Alles klar, ich danke dir, mein Liebster. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ich auch, mein Liebster. Okay, tschau. Ja, das ist das, ne? Sie verpassen dann auch ihre Ewigkeit, sind mit FIFA-Zocken beschäftigt. Der Satan hat die komplett im Griff mit dieser Zockerei, ne? Schade. Schade, schade, schade. Ich wünschte, die Menschen hätten schon vorher mit uns über Jesus Christus geredet. Niemand hat über Jesus Christus in meiner Zeit geredet. Wahnsinn, ne? Nicht ein einziger war auf der Straße oder irgendwie hat man was von Jesus Christus gehört. Nie. Nie. Schade. So abgefallen. Hallo, Arne, Bruder. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, Arne, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Geht's mir gut. Jetzt ist endlich erst mal live mit dir. Ey, glaubst du mir, ich verfolge dich locker seit zwei Jahren auf TikTok, ne? Jeden Tag bin ich bei dir drin, ne? Ich hatte nie Abonnenten. Ich hab immer so irgendwelche Videos gepostet. So auch über den Herrn und so, damit ich ein bisschen Reichweite vielleicht bekomme, um live zu gehen. Aber nie hat's geklappt. Da hab ich mir so Dings, so paar Abonnenten jetzt gekauft. Endlich live zu gehen. Ja, was ich sagen wollte, ich bin, äh, ich hab ne Anfrage geschickt wegen diesem Katholiken, dieser, äh, was war das? Ein Kroate war das, glaub ich, ne, der vorhin da war. Ja. Ja. Ich wollte fragen, was glaubst du, von wo kommt diese Einstellung dieser, halt, dieser Kirchen, Kirchenleute, also die Orthodoxe und die Katholiken, dass sie diese Werksgerechtigkeit haben? Das ist Tradition, sie sind damit groß geworden. Sehr viele, auch meine damaligen Kollegen, auch Italiener, auch alles Katholiken. Und sie sind Traditionschristen. Sie verstehen nicht, was sie zu tun haben. Sehr viele von ihnen. Es gibt aber auch unter ihnen, ähm, genügend von ihnen auch, also nicht viele, aber unter ihnen, so in dem katholischen Bereich oder im orthodoxen Bereich, oder auch im evangelischen Bereich, die genau wissen, was zu tun ist. Die genau wissen, dass der Herr Jesus Christus was ist, was er von ihnen verlangt. Aber die meisten lesen auch gar nicht mehr die Bibel. Sie denken, dass sie einmal sonntags zur Kirche gehen, dass es sie rettet oder dass es sie zu Christen macht. Wahnsinn, ne? Ja, genau. So ein Denken haben sie, weil sie von klein auf das weitergegeben haben. Der hat das von ihm so gelernt und der hat das von ihm so gelernt, aber die lebendige Beziehung zu Jesus Christus gibt es gar nicht. Das ist das. Ja, das Ding steht ja alles in der Bibel, wie du zu leben hast als Christ. Aber das Ding ist, die lesen die Bibel nicht oder also die lesen bestimmt die Bibel, aber die stellen die Bibel ja nicht in den Vordergrund, weil die Kirche lehrt ja nicht, dass die Bibel die Nummer eins ist. Die lehrt ja, dass die Kirche die Nummer eins ist, weil die Bibel kommt ja laut denen aus der Kirche. Ich saß einmal in so einer katholischen Kirche drinnen, da hat er erst mal angefangen, Maria zu preisen, aber fraglich wie. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Und oben auf der Decke war so das allsehende Auge und dann fing der an, erst mal Maria zu preisen. Jesus hat die überhaupt nicht einmal erwähnt. Wahnsinn. Ich komme ja auch aus dem orthodoxen Background. Ich bin russisch, also ich bin auch getauft als Baby geworden. Meine Eltern sind jetzt keine Hardcore-Orthodoxen, halt einfach so Namenschristen gewesen. Und dann erst so ungefähr vor einem Jahr auch zum Teil durch dich, aber auch durch andere Geschwister, habe ich ja erst mal so kennengelernt, was ist es überhaupt, so Christ zu sein, dass man mal selber die Bibel lesen sollte, also dass man selber Gott fragen sollte, was er von dir verlangt. Und ja, bei mir ist es auch so gekommen, dass ich über die Wiedergeburt gelesen habe, laut Johannes 3, Vers 3, das ist, was dich rettet. Also die Wiedergeburt, die Geburt im Geiste, das ist, was dich rettet und nicht irgendeine Kirche oder so. Ja, genau. Ein Gebäude kann uns nicht retten, nur der lebendige Glaube an Jesus Christus. Ja, und was ich noch fragen wollte, ich habe mit Orthodoxen auch so mal geredet und die gefragt, was sie zur Wiedergeburt sagen. Die legen das ja komplett anders aus als zum Beispiel du und andere Geschwister. Die sagen, die Wiedergeburt bekommst du durch die Babytaufe, durch das Wasser. Und was glaubst du, warum legen die das so aus? Du siehst ja, wir haben ja 80 Millionen Deutsche, die getauft worden sind. Sind das alles Christen? Haben die eine Beziehung zu Jesus, sind die alle gerettet? Nein. Oder würdest du sagen, diese Leute sind fernab von Jesus Christus und sie werden auf dem breiten Weg in die ewige Verdammnis gehen? Bruder, bei mir ist das doch genauso. Bei mir ist das doch genauso. Ich bin auch mit einem Jahr getauft worden und dann mit elf Jahren als kleines Kind habe ich angefangen, Zigaretten zu rauchen, nur auf Straße gewesen, Drogen verkauft, dies, das und dann erst mit 19 Jahren wieder zum Glauben gekommen. Aber ich war getauft, weißt du? Wo hat mich die Taufe jetzt gerettet? Also mir den Geist gegeben. Gar nichts. Ja. Ja, man muss für sie beten. Es gibt einige unter Ihnen, sie sind bewandert und sie verstehen genau, was zu tun ist, was der Herr von ihnen verlangt. Und die meisten treten dann auch aus aus den Kirchen und hängen sich dann irgendwelchen Gemeinden an. Das ist so. Ich bin auf der Suche nach einer Gemeinde, aber ich finde leider in meiner Stadt nichts. Es gibt also etliche Kontin, die Jesus Christus aber dennoch sehr, sehr lieben und ihm nachfolgen. Ich kenne sie noch nicht. Es gibt sie, aber wir kennen sie nicht. Also ich zumindest kenne sie nicht. Es gibt aber genügend orthodoxe, evangelikale Katholiken, die den Herrn Jesus Christus lieben. Ja, auf jeden Fall. Und ihm auch lieben. Aber nur, ich habe noch nicht einen hingenommen, aber es gibt sie. Ja, aber Bruder, glaubst du, es waren irgendwelche Kirchenväter, die diese ganzen Irrlehren reingesetzt haben? Oder wer hat das genau in die Kirche denn reingesetzt, diese ganzen Irrlehren? Das ist mit der Zeit passiert. Der Satan, weil er die Bibel ja nicht mehr verfälschen kann und korrumpieren kann und alles Mögliche, muss er natürlich das Christentum von innen kaputt machen. Und wie geht das am besten? Indem er die Kirchen infiltriert. Du siehst ja, die Großkirchen sind ja alle in seiner Hand. Die evangelische, die katholische, die orthodoxe, alle sind in seiner Hand. Jetzt Charismatik auch aus Amerika und so, ne? Genau. Und zusätzlich feuert er noch die freikirchlichen Gemeinden auch noch kaputt. Weil er das Christentum von innen zerstören will. Verstehst du? Der Glaube an Jesus Christus. Also die Gemeinden, in die du und dein Bruder gingen, wie nennen die sich so? Ist das eine Brüdergemeinde oder einfach bibeltreu? Wie nennt man sie? Das war eine Brüdergemeinde, die wir zu Anfang sehr, sehr gut fanden, die sehr bibeltreu schien und der Herr Jesus Christus immer im Vordergrund war und auch die Gottheit des Herrn gelehrt wurde und alles Mögliche. War alles tiptop. Bis wir auf einmal herausgefunden haben, dass auch eine andere Gemeinde zu einer anderen Zeit dorthin kommt und der Pastor von ihnen hat noch nicht mal an die Gottheit des Herrn Jesus Christus geglaubt. Ja genau, das hast du mal erzählt. Da konnte ich das nicht glauben, weil ein Gemeindemitglied uns darauf aufmerksam gemacht hat. Weißt du, das kann doch nicht sein. Sie müssen doch denjenigen geprüft haben. Das ist doch der Pastor dieser Gemeinde. Wie kann man den denn nicht prüfen? Ja und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Da sagt der eiskalt zu mir, wo sagt Jesus Christus ist Gott? Ich bin fast umgekippt. Ich sage, das kann nicht wahr sein. Du bist Pastor einer Gemeinde und fragst mich, wo Jesus Christus sagt, wo er Gott ist. Heftig, heftig. Mit wem rede ich hier gerade? Zeugen Jehovas oder Muslime? Krass, krass. Ja und seitdem gehst du nicht in eine Gemeinde? Wir sind darüber rausgegangen. Wir haben das vor diesen Ältesten gebracht und dann haben wir gesagt, mit sowas wollen wir dann auch keine Gemeinschaft haben. Sind wir freiwillig da rausgegangen. Aber meinst du, das reicht aus, wenn man so mit so bibeltreuen Geschwistern auch so ab und zu einfach das Brot bricht einmal die Woche und die Bibel zusammen liest? Wo zwei, genau, wo der Herr Jesus Christus sagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinde heißt ja, wo Christen zusammenkommen. Das kannst du auch draußen machen oder was weiß ich. Ihr könnt euch im Café treffen, im Hauskreis oder was auch immer. Ja. Da könnt ihr mit gesegneten Geschwistern zusammen Bibel lesen, Brot brechen und das Abendmahl halten. Vollkommen legitim. Das ist doch vollkommen super. Ja, ich mache das jetzt seit drei Tagen habe ich hier Bruder Ali kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich glaube, du kennst ihn aus Bielefeld, der Kurde. Kennst du ihn? ich habe ihn kennengelernt. Der hat in so einer Pizzeria so eine Predigt gehalten. Das war jetzt am Samstag, nein, am Samstag war das und da habe ich ihn kennengelernt. Am nächsten Tag hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe seine Familie kennengelernt. Da haben wir so fünf Stunden lang die Bibel gelesen, zusammen alles ausgelegt. Das war wunderschön. Der ist ein netter Kerl. Das ist sehr nett. Ich habe auch über dich mit ihm geredet. Er meinte, er kennt dich auch. Das war mit ihm damals. Das werde ich nie vergessen. Als mein Bruder und ich den besucht haben in Bielefeld, da gab es einen Jesiden. Wir sind fast umgekippt. Der hat sich für den Islam entschieden und der Ali wollte, dass wir halt mit ihm auch ein bisschen reden, mein Bruder und ich. Und dann kam das Gespräch und dann haben wir mit dem geredet. Dann haben wir ihm erklärt, was der christliche Glaube ist. dass Gott Mensch wurde, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Da sagt er, hört auf damit. Ich kann das nicht hören. Himmel und Erde kommen gleich von oben runter. Das kann ich nicht. Ich glaube das nicht. Heftig. Ich glaube, das hat Reza mal schon mal erzählt, glaube ich, oder? Ja, genau. Der konnte das partout nicht. Er wollte das nicht wahrhaben. Er meinte, nein, Himmel und Erde kommen gleich runter. Was erzählt ihr da? Heftig, heftig. Hast du noch Kontakt mit Ali eigentlich? Nee, nicht mehr so richtig. Nein, aber ja. Ja, aber falls es mal dazu kommt, dass du wieder mal nach Bielefeld kommst, ich komme ja auch aus Bielefeld. Das wäre mir auf jeden Fall ein. Ja, in Bielefeld ist sehr viel los. Ja, ich weiß. In Bielefeld sind sehr viele Geschwister. Sehr viele Jesiden, die zum Glauben kommen. Sehr viele Jesiden. Sehr viele Jesiden, Arameer und so was leben dort, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Dann danke ich dir für die Zeit. Danke, dass du mich auch genommen hast. Danke für dich. Ebenso. Ciao, ciao. Hallo, Arameer. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Deine auch. Danke. Und zwar geht es bei mir um die Orthodoxie. Ich hatte mal gehört von dir, dass du, also ich gucke dich auch öfters und da hattest du mal erwähnt gehabt, dass die Orthodoxen eher so andere Leute anhängeln, sage ich mal. Und das habe ich jetzt vor kurzem auch mitgekriegt. Aber dennoch ist in der Kirche sozusagen Christus die zentrale Figur. Aber halt, da wird halt so ein bisschen so verwirrt mit den anderen Heiligen da. So, die Leute wissen gar nicht mehr wirklich, ja, dass sie eigentlich den Herrn dienen sollen eigentlich nur, ne? Sehr gut. Also auf dich wirkt das selber auch ein wenig komisch, ne? Ja, ja, ja. Wenn du mal jemand anderes als Jesus oder den Vater anrufst, richtig? Genau. Siehst du, siehst du, genau auf mich wirkt das genauso. Als ich die Bibel gelesen habe, habe ich keinen einzigen Vers gelesen, wo der Herr gesagt hat, wir sollen zu Heiligen sprechen und zu Heiligen beten. Hallo? Die Bibel kennt zwei Adressen der Anbetung. Jesus, der Vater. Das war's. Das wäre auch meine Frage halt, also woran, also es gibt ja nur die Katholinen, die Evangelien und die Orthodoxen, also was, welchen von den dreien wäre denn jetzt so, gibt's da überhaupt? Alles, Jesus Christus kennt ja überhaupt gar keine Katholiken oder Orthodoxe oder Evangelikale. Er kennt nur Kinder Gottes. Das war's. Bist du von neuem geboren? Bist du ein Kind Gottes? Bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist? Ist es das? Der Heilige Geist ist ja dein, das, was dich auch vor dem Herrn Jesus Christus, das ist so wie das Fun-Fun-Bief, verstehst du? Mein Bruder hat das immer sehr gut erklärt mit dem LKW, das verplombt wird und am Ende des Ziels wird das Verplombung aufgemacht und du wirst abgeladen sozusagen und so ist das. Du bist das LKW, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist wird dir die Verplombung, du bist, dieser Heilige Geist ist die Verplombung und am Ende des Ziels, wenn du ins Himmelreich kommst, wird der Heilige Geist dich durchführen. So ist das. Du bist also versiegelt mit dem Heiligen Geist, du bist das Eigentum von Jesus Christus. Also sagst du gar keine Konfession eigentlich? Also ist das eigentlich eher so unnötig? Nein, allein Jesus Christus rettet, keine Konfession. Ja, ja, okay. Das muss uns immer bewusst sein. Wir müssen wieder zurückkehren zu Jesus Christus. Allein der Herr rettet und sonst niemand. Amen. Okay. Ist das so schwer? Warum macht uns das Leben so schwer? Wer ist unser Vorbild Jesus Christus? Wer ist unser Herr Jesus Christus? Wer ist unser Allmächtige Gott Jesus Christus? Wem wollen wir nachfolgen Jesus Christus? Ja. Wo ist das Problem? Ja, das stimmt schon. Also, ich, auch das, dass man so Maria und so am Himmel, das verstehe ich halt auch nicht. also, weil er ist ja, die zentrale Figur ist der Herr Jesus Christus. Er hat ja das Leben sozusagen geopfert für uns. So ist das. Der Herr Jesus Christus sollte die zentrale Figur in unserem Leben sein. Deswegen sagte der Herr auch, wer mich, wer Vater, Mutter, Kinder und alles mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Der ist meiner nicht wert. Weißt du, was das heißt? Der Herr weiß ganz genau, dass er aus Liebe heraus sein Leben gegeben hat. Also müssen wir bereit sein, ihn mehr zu lieben als alles andere. Und selbst Mohammed hat das für sich selber geklaut und in den Hadithen reingepackt, dass wer Vater, Mutter und alles mehr liebt als Mohammed, nicht sein Sahabi ist sozusagen. Wahnsinn, ne? Den Spruch aus der Bibel hat er von Jesus Christus geklaut und hat sich ihm zugeschrieben. Denn in der Bibel heißt es, wir sollen ja Gott mehr lieben als alles andere. Aber Jesus Christus beansprucht das für sich, weil er Gott selber ist. Und welche, welche Bibel sollte man nach deiner Meinung lesen? Diese Schlachter 2000? Ich lese die Schlachter 2000, weil die Namen Urtext ist sehr gut übersetzt und die Querverse auch da sind. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Du siehst also bei jeder Passage, siehst auch direkt die Passagen aus dem Alten Testament daneben, also die Querverse. Da kannst du direkt nachschlagen, was meint der Herr Jesus Christus? Oder was ist jetzt mit dem Vers gemeint? Das ist sehr gut, das ist so eine Studienbibel halt. Okay, okay, alles klar. Ja, sonst hätte ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Das war auf jeden Fall top. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dir auch, ciao. Massen, bitte. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Weißt du, Schwarz, mir geht's dir, alles gut. Ja, alles super. Harte, Jesus. Freut mich. Kurze, also ich hab drei Fragen, aber erst mal, gestern, ich wollte dich was fragen, du hast die ganze Zeit gelacht, auf einmal du wirst mich einfach raus. Echt? Ja, egal. Guck mal, ähm, wie heißt denn diese Religion, wo die Kuh heilig ist? Ich hab's grad vergessen. Hinduismus? Ah, ja, das ist, ich hab ein Freund, der ist, äh, also der kommt von der Religion und wir wollten grillen gehen. Und, äh, der hat halt davor gesagt, ja, meine Religion ist falsch und sowas. Und da war halt Kuhfleisch im Angebot und dann hab ich's halt gekauft und vorhin gegrillt und dann so gegessen. Aber ich hab halt gemacht, weil's im Angebot war. Und jetzt, äh, denkst du, das ist ne Sünde? Pff, das ist keine Sünde. Der Herr hat dir erlaubt, das Fleisch zu essen. Nur der ist halt in seiner Religion gefangen und versteht nicht, dass man keine Kühe verehren sollte und sie heilig befinden soll. Wie heißt das? Ja. Das ist unter Strafe in Indien. In Indien, wenn du eine Kuh anfasst, kriegst du eine Haftstrafe. Haftstrafe? Ja. Damals, als ich noch in meinem alten Job gearbeitet hab, als Monteur, ich war ja als Monteur unterwegs und da musste ich so in da, da waren so Austauschleute, die dann von Indien gekommen sind und ich musste die dann so anlernen, wie man so, äh, Sachen zusammenbaut. Und dann hab ich denen das so beigebracht, da kamen wir so ins Gespräch, ne, also so ein bisschen auf Englisch, die konnten Englisch. Und dann hat er mir erzählt, wie das in Indien abläuft. Ich hab mich totgelacht. Dann sagt er, bei uns ist das ganz normal, also die kacken so mitten auf der Straße, die kacken einfach so. Die ziehen Hose runter und kacken und niemand interessiert das. Keiner interessiert das. Die haben eher, die Leute gucken eher, wenn du auf einmal anfängst, das sich zu verstecken. Da gucken die Leute auf einmal. Aber wenn du das mitten auf dem Markt machst, kackst, das interessiert niemanden. Das ist für die Normalität. Kacken mitten auf dem Markt. Also du guckst Einkauf in Obst und Gemüse und dann siehst du auf einmal, wie einer vor dir kackt. Ist das so fast? Ist das? Egal, ich lach nicht, weil man weiß nicht, aus welchen Gründen das passiert. Ja, aber es ist so verstörend. Das ist so krass. Andere tragen nur so. Was ist eigentlich mit EBK jetzt? Also kommen da noch Videos oder nicht mehr? Ja, guck mal, diese Videos kommen jetzt. Guck mal, wie gefällt dir dieses Video? Das Stummschallverkehrt-Video? EBK, sobald ich diesen Namen höre, raus! Gar kein mehr von diesem Quatschen! Bruder, ich will mich nur zu dir bedanken, wann von deinem Herzen was kommt und du befestigst meine Glaube, dass ich noch mehr meine Glaube befestige, weil du gibst mir so viel Kraft. Ich lese die Bibel, ich bin Orthodox, aber ich habe diese Bibel nicht mehr. Ich habe mir nur die Bibel bestellt, genau wo du das sagst, hast, nur leider dauert zwei Monate, wenn ich sie kriege. Zwei Monate? Leider, ja. Ich habe genau da die Kosten... Ist das in China oder was? Nein, das ist da die Seite, wo du gesagt hast. Ist kostenlos. Ach so, das dauert zwei Monate, bis ich das schicke. Richtig. Wenn ich so viele Fragen habe, du kannst da bestellen und so, ist auch kostenlos. Ich werde auch bezahlen, das ist kein Problem. Nur leider, ich finde nicht, das hat mir jemand gesagt, wo kann ich das machen und habe ich das gemacht, aber dauert zu lange. Die andere Bibel von Orthodox, habe ich auch gelesen und so, aber ich mochte sie nicht lesen und so. Ich respektiere alle Bibeln, aber ich kann sie nicht verstehen, weil da steht, Chiriliza, das ist ganz andere Stift, was ich kann lesen und das macht mir ein bisschen Schwierigkeit. Aber ich folge die ganze Zeit und durch dich, ich kriege sehr viel Kraft und sehr viel, dass ich meine Glaube befestige, sehr, weil ich habe so viele Freunde, wann haben mir gesagt, muslimische Freunde, nein, Gott ist falsch, Jesus Christus ist Prophet und die lassen es dazu in meinen Herzen. Und ich weiß, es gibt nur einen einzigen Gott und das ist Jesus Christus. Gibt es keine links, gibt es keine rechts, Amen, Bruder. Und durch deine Videos, durch deine Videos, was ich alle sehr, was du durchmach, dass du kämpfst vor uns, vor Jesus Christus, das macht mir noch mehr stolz und noch mehr meine Glaube zu befestigen. Danke, danke, danke. Amen, Bruder. Alle Ehre, den Herrn Jesus Christus, der da ist, wundervoller Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friedefürst, Amen. Amen, Bruder. Das gibt es keine anderen, links, rechts, die versuchen. Ich hatte ein Gespräch gestern mit drei, vier, fünf Leuten durch WhatsApp und so, die sind Muslim und ich bin Christ und die wollen mir etwas hingewäschen. Und wenn du im Direktfahr fragst, die und die und die Versen, die versuchen, alles drumherum zu verdecken, nicht direkt hier zu beantworten, sondern versuchen, immer in Kreise zu gehen. Ich habe gesagt, Moment, warum fährst du nicht geradeaus? Dann hast du deinen Weg und kannst du mir antworten. Und dann versuchen, mir etwas anderes zu erzählen, und ich versuche, durch die Bibel und durch die Koran, wann steht das Sache im Koran? Ich sage das nicht von mir, ich mache den Koran auf und sage, die und die und die Versen, lest mal selber. Und dann lest mal bitte, was steht in Hadith, lest mal in Scharia, was steht. Und im Koran, gibt es noch einen einzigen Koran, gibt es noch vier Bücher und dann, die Sache steht da drin und die sagen das nicht von mir und dann, mein Gott, das ist, das ist wirklich krass und ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun und die sagen, unser Glaube ist nichts und dies und das und weißt du, dann entferne mich damit und durch dich und was du durchmachst hier, das ist wirklich wahnsinnig, vor Respekt von dir und ich bin sehr stolz vor, dass du diese Kraft hast, ich begebe mich ins Heim und Heifischbecken. Ja, ich finde das sehr toll, dass du das machst und durch dich, ich kriege noch mehr Kraft und noch mehr, dass ich in Jesus Christus glaube und ich glaube von ganzem Herzen. Wunderbar. Es gibt keine Links und es gibt keine Rechts. Gott segne dich, mein Lieber. Danke, dass du da wirst. Gott segne dich. Amen, Bruder, danke. Pass gut, mein Lieber Gott. Sehr segne dich. Danke dir weiter so, mein Bruder und Gott segne dir und deine Familie. Ich wünsche dir, dass du noch mehr, noch mehr, noch mehr viel Kraft, dass du hast, dass du alle sowas, was du für uns machst, das ist sehr, 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 sehr gut. Alle Ehre dir, mein Jesus Christus. Mit Vergnügen mache ich das. Für Jesus Christus machen wir alles. Richtig. Diese Kraft, was du hast, dass keine Menschen verkraften, das kann ich mir vorstellen. Dass du alles, das musst, durch machen und durch diese Kraft, was du hast, durch Jesus Christus. Wahnsinn. Bruder, ich wünsche dir viel, viel weiter Erfolg und mach so weiter und du gibst mir Kraft und meine Familie, nichts nur mir, sondern ich und meine Frau setzen da und hören mir jedes Mal, wie jemand dich angreifen, wie du das kannst, alles automatisch sagen. und Tatsache, das steht im Koran, das steht nicht in der Bibel und das gibt uns so viel Kraft und so viel Mut, dass wir unsere Glauben noch mehr befestigen in Jesus Christus, dass wir das richtig vom ganzen Herzen in Jesus Christus nehmen. Danke, 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 danke. Wir haben alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, ihm gebührt die Ehre, nicht mehr. Ja, natürlich, natürlich, aber das auch durchzustellen ist nicht einfach, was du da alles machst, dass du wurdest angegriffen so oft, jedes Mal und deswegen ich wünsche dir viel Erfolg und Gott, Gott, Jesus Christus, sollte ich noch mehr Segen geben, dass du das alles durchstellt, mein Bruder. Amen, Dankeschön, vielen lieben Dank. Amen. Gottes Segen, danke dir. Ja, wundervoll, dass es auch Menschen beziehungsweise Geschwister gibt, die dadurch sehr viel etwas mitnehmen können, sehr viel Stärke und Kraft wiederbekommen, an den Herrn auch wieder zu glauben, selbst gefestigt werden, weil sie sehen, dass der Islam ein kompletter Quatsch ist, weil sehr viele Muslime Christen eine Gehirnwäsche verpassen und sagen, ich glaubte an drei Götter, Jesus ist Gott, der war nur ein Mensch und so, weil die selber gar nicht raffen, was Gott im Alten Testament von sich selber sagt, dass er auf diese Erde kommen wird. Weil die selber die Bibel nie gelesen haben, greifen die auf einmal so Geschwister an, die selber auch jetzt nicht so gefestigt sind in der Bibel und sich dann so ein bisschen einlullen lassen. Deswegen habe ich auch diesen WhatsApp-Kanal erstellt, damit ihr alle gewappnet seid, weil wenn ihr unterwegs seid, so habt ihr das immer auf eurem Handy, versteht ihr? Ihr braucht nur einfach auf den WhatsApp-Kanal gehen, dann habt ihr das immer parat, dass wir diese falschen Aussagen getätigt hat, dass der Islam volliger Quatsch ist, der Allah, guck mal, was der für Sachen da sagt. Absolut wahnsinnig. Dann lasst euch niemals in die Ecke drängen. Immer bedacht auf der Hut sein. Weil so sind die. Die sind nur so Mobber, so Bullies, sagt man im englischsprachigen Raum. Bullies. They try to bully you. Die versuchen, dich so runterzubuttert, zu mobben. Aber deswegen habe ich euch eine kleine Waffe mitgegeben, dass ihr alles parat habt auf eurem Handy und direkt das einsetzen könnt, falls die ihr Mund aufmachen. Wenn die Rassismus-Karte kommt, wenn die Frauen-Karte kommt, wenn Allahs Attribute kommen, wenn Mohammeds Aussagen kommen, wenn dies, wenn da, ihr habt direkt alles, das Sammelsurium von den ganzen Aussagen, habt ihr alles auf diesem WhatsApp-Kanal. Umsonst haben wir es bekommen und umsonst gehen wir weiter. Guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Dank dir. Ich habe drei Fragen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ja. Wo kriegst du denn das Zeug her, weil deine Augen so aufgereist sind? Ich habe trockene Augen, weil ich die ganze Zeit am Fahren bin. Ach so, bist du am Autofahren oder was? Nee, ich bin am Fliegen. Ich bin Pilot. Ich fliege gerade von Medina nach Mekka. Sehr schön, sehr schön. Schade, dass du jetzt mitfliegst. Ja, dann noch eine Frage. Gehörst du zu Zeugen Jehovas? Nein, ich bin ein Kind Gottes und habe mit so einer Sekte nichts zu tun. Okay, warum denn? Die glauben doch auch an Jesus, oder? Ja, aber an einen falschen Jesus. Die glauben, dass Jesus Christus der Erzengel Michael ist. Sie glauben nicht, dass der Herr Jesus Christus ewig ist. Sie glauben, dass er geschaffen wurde. Ja, sie leugnen die komplette Bibel. Der Herr Jesus Christus ist Jehova im Fleisch. Und das lehnen sie ab. Ja, jetzt ist er weg. Goodbye und komm nie wieder. Goodbye. Goodbye. Ja, mein Bruder. Gottes Segen haben wir. Gottes Segen haben wir auch lieber. Hör mal, ich wollte ganz kurz rein mit dieser WhatsApp-Gruppe. Kannst du mir einen Link schicken? Ich hatte das letzte Mal danach gefragt. Da hat mir, glaube ich, einer einen falschen Link geschickt. Ja, ja, das mache ich. Ich glaube, ich habe das auf dem anderen Account, habe ich das unter meinem Bild angepinnt oder was. Muss mal schauen. Ich habe da drei Accounts hier auf TikTok. Und den mit 17.000, da ist das als Link markiert. Ja, ja. Okay, Amir, ich meine, was soll ich zu dir sagen? Du bist gesegnet, mach weiter so. Und ist klar. Ja, du weißt ja, es werden viele Anfechtungen geben, aber das Wort Gottes hat schon immer gewonnen. Und du machst das schon richtig, das ist gut. Also du hast das geistig, hast du es in dir. Du hast auch das Wissen dafür. Und vor allen Dingen, du hast für alles die Antwort. Und Unwissende reden halt viel wirres Zeug, was sie nicht wissen. Aber das Schöne ist, dir schauen sehr viele Leute zu, die wirklich kein Wissen haben. Und denen werden auch wenigstens Gedankenanschlüsse gegeben, dass sie selber mal danach forschen sollen, wonach sie leben. Ich meine, so war das ja bei dir, bei mir war es genauso. Bei vielen, vielen anderen war es genauso. Und was ich sehr bewundere ist, der Herr, der macht Wege auf, wie viele Leute sich alleine hier durch die Screams, durch das Internet Gedanken gemacht haben, bekehrt haben, erkannt haben, dass der Weg der richtige Weg ist. Denn es gibt noch wirklich einen Weg, und das ist wirklich der Weg des Herrn Jesus Christus. Und die Wahrheit wird immer siegen, sie hat schon gewonnen. Und wie gesagt, sogar die Leute... Ja, mein Bruder. Als du damals noch Muslim warst und das Leben dir von Mohammed betrachtet hast, was hast du von ihm gedacht, als du diese ganzen Sachen herausgefunden hast? Also, ich habe mich erstens mal zu Grund und Boden geschämt, dass ich überhaupt die Sachen gedacht habe, die ich nicht gelesen hatte, sondern nur von Älteren und Elternteilen und Freundesseilen nur so gehört habe und wirklich nie so richtig mich damit beschäftigt habe, ja. Und ich bin jetzt noch erschrocken und ekele mich wirklich davor, wie ich so blind sein konnte, weil das ist ja wirklich... Man denkt ja wirklich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, das ist der richtige Weg, ja. Und wenn man wirklich anfängt, sich damit zu beschäftigen... Also, ich habe mich wirklich geekelt davor. Also, nicht geschämt, sondern das Schämen, das war ja noch harmlos. Aber, also wirklich, ich habe sehr viel Buße dafür getan, ne. Und ich habe jetzt sogar noch Probleme damit, dass... Also, was habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich weiß, mir wurde vergeben und das Alte ist vergangen. Es ist neu, ja. Der Alte Bilal ist nicht mehr der, wo er damals war. Aber wie schnell man wirklich in so einer Phase geblendet wird, ja. Und man hört viele Sachen, man will es aber nicht wahrhaben, ja. Auch wenn man es liest, ne. Also, das ist furchtbar, ja. Und ich bin froh, dass der Herr mich dort rausgeholt hat. Nicht, ich bin da raus, sondern er hat mich dort rausgeholt. Und das ist das Schöne, ja. Und das, was du ja sagst, ja. Ich meine, die Richtung... Also, einer, der wirklich den Koran lebt, der nimmt ja alles dort an. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, ja, das stimmt oder das stimmt. Oh, Moment, mein Internet, glaube ich, ist schwach. Hörst du mich noch? Hörst du dich, ja. Ich glaube, mein Internet ist nicht gut. Amir, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja, ja, die ganze Zeit. Ja, ganz schwach. Ich habe hier total blöde... Ja, also, was ich sagen wollte, ist, einer, der den Koran wirklich gelesen hat, und er muss ja alles halten. Auch er weiß, was da falsch ist. Und er weiß auch, dass viele Sachen nicht richtig sind. Aber er glaubt dran und er muss ja auch daran glauben. Und ich finde das schade, weißt du, weil das sind ja gerade die, die auch sagen, ich meine, du hattest ja selber Gespräche mit denen, die sagen, 95, der Muslimen sind alle Kuffar, ja, und Lügner. Ja, weil sie nehmen sich nur das Gute raus und das Schlechte, was da drin steht, das sehen die gar nicht. Das wollen die gar nicht wahrhaben. Aber das ist nicht so. Also, wenn du wirklich nach dem Koran gehen müsstest, du musst alles annehmen, ja. Ja, und man sieht, der Herr ist so wunderbar, der öffnet denen die Augen, dass sie wenigstens sehen, man kann nicht zwei Göttern dienen, ja, oder vor allem zwei Wege gehen. Entweder geht man einen richtig, oder man geht halt so verblendet, wie sie sind, müssen sie halt mit Zwang oder halt, sie müssen der Lüge halt nicht den Kopf beugen, sondern sie nehmen die Lüge auch mit an und versuchen dann dort weiter zu verbreiten. Und das ist irre, also das ist total irre, ja. Ja, und, und, wie gesagt, hier in Europa und so, das sind diese Kuschelmoslems, sage ich jetzt mal, auch wenn ich das mit den Frauen und so sehe, ja. Manche sind bedeckt, manche nicht, manche offen, manche nicht, das geht nicht. Wenn du wirklich nach dem Koran gehen würdest, dann bist du richtig komplett zu. Und die, also die, die nehmen das auch an, dass sie dann auch vier, vier Frauen mit, also dass der Mann vier Frauen haben darf und so. Und das ist ja keine Liebe, nichts, das ist ja schon Zwang, ist das. Ja, also die werden wirklich gezwungen, danach zu leben, ja, und das finde ich schade. Jeder hat seinen freien Willen, jeder kann machen, was er will, aber es geht ja hauptsächlich darum, wir müssen ja errettet werden, ja. Und wir werden nur errettet durch Jesus Christus und das ist die Hauptsache. Sehr gut, bitte, danke dir. Okay, ja, ich danke dir, Bruder, ja. Also an deinem alten Link hast du gesagt, oben ist es angepinnt, ja? Ja, genau, auf dem anderen Account ist es da angepinnt, du musst nur mal schauen, ne? Ja, okay, mach ich, Bruder. Okay, ich bin dann raus, gell, Gottes Segen noch und der Herr passt schon auf dich auf. Oder halt eine der Moderatoren anschreiben und die geben dir dann den Link, ne? Ist auch kein Problem. Ah, von deinen Modis, ja, da könnte gerade mal einer vielleicht reinschauen, das sehe ich ja dann. Okay, Armin, Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke. Ich möchte gerne mit dir in Austausch treten. Ich bin seit 2010 beruflich in Tunesien viel unterwegs, auch in Marokko, Jordanien, Türkei und habe den Islam hier sehr intensiv kennengelernt. 2012 war ich im Sommer auch hier in Tunesien in Sus und deutschsprachige Freunde sprachen mich an und sagten, Dietmar, stell dir vor, im Fernsehen wurde eine Predigt eines ägyptischen Scheichs hier in einer großen Moschee in Sus übertragen und der Moderator, der schüttelte nur den Kopf, ganz Tunesien schüttelte den Kopf und lachte und waren auf der einen Seite sehr amüsiert, und auf der anderen Seite sehr bedrückt. Der Scheich, der an der Allerts-H-Universität studiert hat, forderte in der Moschee in Sus auf, dass Tunesien das Heiratsalter von 18 wieder auf 9 Jahre absenkt und dass ab 13. Lebensjahr aller Mädchen genital verstümmelt werden sollen. Und also ganz Tunesien war von Socken, das ist auch, in der Presse in Tunesien ist das verbreitet worden. Die Tunesier haben, die tunesische Regierung hat den Scheich sofort ausgewiesen und mit einem dauerhaften Einreiseverbot belegt. Ja genau, wenn du mit der Lehre von Mohammed, wenn du mit der Lehre von Mohammed um die Ecke kommst, und der Moderator sagte, also ich, nach dieser Predigt, also ich weiß nicht, wenn ich mit einer neuen Lehre ins Bett gehe, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr nicht lieber eine Tüte, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihr ficken soll oder kann oder ob ich ihnen lieber eine Tüte Milch gebe. Ganz Tunesien hat gelacht, ganz Tunesien und ich sagte zu den deutschsprachigen, die mich da angesprochen haben und mir die Story erzählt haben, aber stellt euch mal vor, über wen ihr eigentlich gelacht habt, über euren sogenannten Propheten. Euren eigenen Propheten, genau. Da sind denen die Kittenharten runtergefallen, weil die die Zusammenhänge überhaupt nicht kennen. Und ich habe inzwischen eine so große, tiefe Recherche, habe auch viel von deinen Videos natürlich gesehen und gelernt, auch von anderen islamkritischen Menschen und schreibe seit vielen Jahren an ein Buchprojekt, wo ich sehr gerne in einen Erfahrungsausschuss mitgetreten möchte, wenn das in meiner Sicht zeitlich möglich ist. Ja, natürlich, klar. Ich bin ja immer fast täglich hier live. Ja, und vielleicht sollte ich dazu sagen, ich bin auch Christ und schreibe das Buch aus der Sicht von Jesus. Und da wird es sehr wichtig dran. Wie oft bist du denn in diesen Ländern unterwegs? Wie bitte? Wie oft bist du denn in diesen Ländern unterwegs? Also seit 2010 im Monat ein-, zweimal, ein-, zwei Wochen. Also seit 2010 kann ich sagen, habe ich ein Drittel meiner Lebenszeit hier verbracht. Ja, das ist ja heftig. Ich habe hunderte, tausende Gespräche geführt, auch mit vielen Imamen von Berlin nach Tunesien in Flugzeugen. Ich habe mir Imame häufig zur Brust genommen, habe mich ein bisschen doof gestellt und Fragen gestellt. Und die heftigste Reaktion bei Muslimen allgemein, die bei Imamen war, wenn ich ins Gespräch gekommen bin und mir dann immer Mohamed gehönt wurde, ja, bestes Vorbild und so weiter. Und ich dann so gefragt habe, kann ich mir so schwer vorstellen, wenn ich die Suche 3350 lese. Und ein Imam aus Magdenburg, mit dem bin ich von Berlin nach Enfila geflogen, wir haben uns die ganze Flugzeit, zweieinhalb Stunden über den Islam unterhalten. Und er sagte, nein, das stimmt nicht, was da, ich habe eine falsche Koranübersetzung und da geht es ja darum, dass Mohamed legitimiert wird, dass er alle Frauen, die er auf dem Schlachtfeld erobert, behalten darf. Und ich sagte, um eine Frau auf dem Schlachtfeld zu erobern, bedeutet, dass man zufern vorhanden den Ehemann töten muss, den die Söhne, die Väter, die Brüder, die Cousins, im Prinzip die gesamte männliche Familie auslöschen muss, um eine Frau auf dem Schlachtfeld zu generieren, wie es der Koran legitimiert. Dann ist Mohamed in meinen Augen ein Massenmörder. Und der Imam, nein, 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 das kann nicht sein, das ist eine falsche Übersetzung. Der kannte diesen Vers wahrscheinlich tatsächlich nicht. Und ich sagte, sind Sie immer noch Imam und Muslim, wenn das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, stimmt? Da hat er nicht darauf geantwortet. Die Maschine hat den Entfieler noch nicht aufgesetzt. Da holt er sein Telefon raus, recherchiert und ihm fiel die Kinnnade runter. Und das habe ich bei vielen anderen auch erlebt, wenn ich diesen Koranvers konfrontiere, einige Muslime haben sich den Finger in den Hals gesteckt, so gezeigt, ist mir zum Kotzen übel. Die meisten kennen diesen Vers nicht und er impliziert einfach den Massenmord und die Vergewaltigung. Denn welche Frau gibt sich freiwillig hin einem Mann gegenüber, der die männliche Familie ausgelöscht hat? Keiner. Nach Suhe 4, Vers 24, ich weiß ja, dass der Mohammed eine Expedition nach Autars geschickt hat, um die Feinde da anzugreifen. Und sie haben sie besiegt, die Schlacht um Gnade. Und dann haben die Leute ihn dem Mohammed gefragt, haben gesagt, ja Mohammed, wir wollen auch mit den Frauen jetzt auch Verkehr haben. Sollen wir uns selber jetzt kastrieren? Die Männer sind noch am Leben. Und dann hat Allah den Vers herabgesandt und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts liegen, besitzen. Sie haben vor den Frauen dieser Ehemänner, ja, sie und Ferkel. Ja, ja. Und also meine Erfahrung ist, 90 Prozent der Muslime wissen überhaupt nichts über Mohammed. Die einzigen, die mehr über Mohammed und seine Sahaba wissen, das ist der IS, das ist Boko Ram, Al-Nusra, Schabbat-Milizen, Bisbollah, Hamas und so weiter. All diese Terrororganisationen, die von der Allgemeinheit der Muslime abgelehnt werden, die wissen überhaupt nicht Bescheid. Weil die Allgemeinheit ein Problem mit Mohammed hat, das ist das. Nur diese ganzen Organisationen, die im Namen Allahs Jihad führen, haben den Islam verstanden. So ist das. Die letzte Etappe mit Mohammeds Leben. Alle anderen sind Munafirin. Aber Jesus als Propheten, als höchsten Propheten akzeptieren, mache ich mir zunutze, dass ich Mohammed und Jesus in der Nachtreise, laut islamischer Überlieferung ist ja Mohammed mit Jesus zusammengekommen, hat als Vorbieder fungiert, in einer Al-Aqsa-Moschee, die erst 100 Jahre später gebaut wurde und dann die Leiter aufgeklettert ist und Jesus dann auch getroffen hat. Und dieses Zusammensetzen, das lasse ich in meinem Buchprojekt etwas anders auslaufen, wie es die Muslime kennen. Nämlich dann nimmt sich Jesus Mohammed zur Brust und sagt, ich habe gesagt, nur die Gesamten, die kommen ins Paradies. Ich habe gesagt, stecke das Schwert zurück und, und, und. Und das zerlege ich mit der Autorität, mit der Aussage von Jesus, zerlege ich jede einzelne Aussage von Mohammed, jede einzelne Handlung und jedem Koranvers, der der Bibel entgegengesetzt ist. Und der Koran sagt ja ein Minimum 50 Mal, dass die Bibel den Koran bestätigt. Der Koran besteht nicht die Bibel, die Bibel ist, also die Evangelien, die Tora und die Psalmen sind reines Gottes Wort und niemand kann Gottes Wort verändern. Ergo, die Bibel kann nicht verfälscht sein. Wenn Muslime heute behaupten, die Bibel sei verfälscht, bedeuten sie, dass Allah dafür sein Wort nicht schützen kann. Und das nutze ich in Diskussionen und ja, da kommen die Muslime nur durch Wille rein und so weiter. Da merkt man, es geht ihnen nicht mehr um die Wahrheit, es geht ihnen nur ums Recht behalten und Islam zu schützen und so weiter. Aber einige, wenn man sie mittensiver mit konfrontiert, einige fangen doch an, nachzudenken. Und dann stelle ich eben die Frage, warum heiraten so viele im Islam Cousin, Cousine? Naja, weil es Mord vorgelebt hat. Und ich sage, ist denn das wirklich gut für die Gesundheit, psychisch wie körperlich? Und der Charakter verroht, es entsteht eine kollektive Verblödung, darum keine Nobelpreise, keine Patentanmeldung. Die Wirtschaft in islamischen Ländern geht immer weiter runter. Es kann doch nicht gesund sein. Der Koran sagt doch, dass der Teufel feindes Menschen ist. Denn es ist doch diese Vorbildwirkung, dass Mohamed seine Cousine Zaynab geheiratet hat, gar nicht so gut für die Oma. Dann ist es doch im Ehemdienst diese Vorbildwirkung. Und es sind unzählige Millionen Frauen an Genitalverstümmelung gestorben, die Mohamed legitimiert hat. Unzählige Millionen Menschen sind im Krieg zwischen Schiiten und Sunniten gestorben, weil Mohamed sagte, dass Apostaten getötet werden müssen. Und der Koran verlangt, dass Blutrache geübt werden muss. Dann kann doch nach Koran und Schadriger gar kein Frieden zwischen Schiiten und Sunniten entstehen, wenn sich beide als Abgründige betrachten. Und der Koran, der kann nur mit Jesusbotschaft gelöst werden. Und da habe ich inzwischen eine so große Durchdringungstiefe durch die vielen Diskussionen, wo ich merke, wo die Archivisseen jeweils sind. Womit man den Moslimen die Augen öffnen kann. Und ich weiß natürlich, dass du eine auch extrem Wodurchdringungstiefe hast und vor allem eine extreme Sicherheit in der Quellenangabe. Und da würde ich mich gerne mit dir austauschen. Ja, kann man machen. Okay, mein Lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Danke. Ja, wie können wir den Kontakt aufbauen kriegen? Ja, ich höre dich. Gott segne dich. Gott segne dich, Bruder Amir. Bruder Amir, ich habe die schönsten Nachrichten, die du je gehört hast. Ich werde eine Debatte führen mit einem echten Imam, der deutschlandweit bekannt ist. Das ist Ahmed Shekeb Popal. Der ist mit Marcel Gras sehr gut. Das wird öffentlich gestaltet werden. Ich habe schon ein Video darüber gemacht. Das geht schon langsam viral. Und ich möchte, weil ich habe ja mit Bruder Riese ja schon geredet. Ich weiß auch, ob Bruder Riese es dir schon gesagt hat, dass du ja auch dabei bist. Ich möchte ja, dass Riese, du, ich ja mit denen dann das Gespräch machen. Wir werden mit Respekt und Liebe sein. Aber ich habe ihr noch gesagt, die kritischsten Fragen werden wir stellen. Und da wollen wir alle die Antwort hören. Respekt, Liebe ist da, aber die kritischen Fragen werden gestellt. Und er hat gesagt, ihr könnt jede kritische Frage stellen, die es gibt. Und dann, Bruder Amir, wenn du dann dabei bist, Bruder Riese ich, das wird schon eine Nummer. Und vielleicht stimmt er noch Marcel Gras an. Weil Marcel Gras ist ja auch ein sehr guter Freund von dir. Bruder Amir, das wird heftig. Das wird, das könnten sehr, sehr, sehr viele Muslime ziehen, wenn die Debatte dann beendet ist. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Wer ist der Typ denn? Ich kenne den gar nicht. Islamische Bestattung heißt der in TikTok. Der ist sehr, sehr, sehr bekannt. Deutschland weiß bekannt. In München sehr gut bekannt. Der macht viel mit Talak, mit Scheidung. Also ihr könnt sich gut damit aussuchen. 65 ist anscheinend sehr, sehr gut dabei. Und der ist mit Marcel Gras sehr, sehr gut. Also er hat auch Fotos mit denen alles. Ich habe auch die ganzen Beweise. Sein Instagram ist heute mit. Und der hat mich ja gepostet in seinem Instagram auch. Der hat auch gesagt, ich werde mit diesem jungen Mann reden. Und der macht das, der traut sich. Er will das öffentlich machen. Der hat das öffentlich zugegeben. Ich habe komplett die Video sogar. Ich habe mit denen sogar öffentlich einmal kurz geredet. Da habe ich ihn auch gefragt, wie sieht es denn mit der Kinder eher aus. Und er hat gesagt, das werden wir dann in diesem Gespräch machen. Weil das ein sehr großes Spektrum ist. Und oder Amir? Ich habe mit Räder geredet. Der muss die ganzen Unwahrheiten, was sein Prophet gesagt hat. Und er hat gesagt, wir machen das am besten in deinem Livestream. Weil da mehr Leute dann nochmal kommen. Und dass wir bestimmt richtig tausende Leute sehen. Der ist wirklich eine große Nummer. Ich habe mir das angeschaut. Er ist sogar im Fernsehen. Alles. Und der ist Afghaner. Du musst bedenken. Seine Familie ist sogar der afghanische Präsident gewesen. Eine von denen. Dann kamen ja die Talibans und so weiter. Der ist da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Nummer. Also die Taliban lebt da? Also die Taliban lebt da? Wie gesagt, da kamen die Taliban. Ich kann dich nicht so bezeugen, dass er die abhört oder annimmt. Da müssen wir jetzt die genauen Abfragen. Da sind die Richtigen. Da sind die Richtigen. Da sind die Richtigen. Wirklich. Okay, Bruder. Damit du dann Bescheid weißt. Weil ich mit Reza will ich jetzt eh nochmal telefonieren. Dann gucken. Wann das jetzt stattfinden wird. Das wird schnellstmöglich sein. Frag ihn am besten mal, welche Rechtsschule erfolgt. Abu Hanifa, die Erste. Ah, Hanafenische Rechtsschule. Ich hab ihn schon gefragt. Amor Hanifa. Da kann er mit seiner Tochter, da kann er mit seiner Tochter und mit seiner Mutter dann Verkehr haben. Tolle, tolle Rechtsschule hat der. Das müssen wir ihn dann auch fragen. Ja, sehr schön. Das wird heftig. Ein Hanafete. Na gut, als Hanafete darf er auch Imanman Knauhoi nicht ablehnen. Der darf die ganzen Tochter nicht ablehnen. Er hat doch gesagt, die Tochter lehnt er überhaupt nicht ab. Er hat gesagt, die Tochter lehnt er auch nicht ab. Dann ist vorbei. Wenn er die Tochter nicht ablehnt, genauso unehrlich wie Hansi und diese Konsorten ist, dann hast du leichtes Spiel. Bei Ibn Abbas sieht das ein bisschen anders. Anscheinend kann er da ein bisschen was einnehmen, um das ablehnen. Aber bei Ibn Kassir nimmt er schon. Ibn Kassir reicht vollkommen aus, da brauchst du nicht mal Ibn Abbas. Ibn Kassir reicht vollkommen aus, du kannst den Islam zerbomben. Bruder Amir, in deinem Team wird das SoGottWil geschehen. Und dann werden wir mit... Und vielleicht SoGottWil ist sogar Masse Kras dabei. Ich habe auch gesagt, Masse Kras kommt auch dabei. Wenn der schon bereit ist, warum du nicht auch? Das wird heftig, ne? Das wird wirklich heftig. Wo willst du das denn abhalten? Wollen du es bei mir machen, oder was? Ja, ich würde es bei dir machen, bei deinem Livestream. Du machst dann auf und dann gehen wir rein. Und dann machen wir es ganz neutral und sagen dann, Liebe und... Wir machen nicht dieses 20 Minuten Reden, dies, das. Wir machen einfach einen normalen Dialog. Wir haben Fragen und wir wollen die Antworten hören von den Imamen. So, so machen wir das. Mit Liebe, mit Respekt. Ne, wir sagen einfach bitte, was sagst du dazu? Es steht so und so, so drinne. Fertig. Bitteschön. Ich will deine Antwort. Und dann kann er darauf antworten. Ja. Das wird hier ein TikTok sein. Hier bei dir, äh, in Livestream. Hier in diesem TikTok. Ja, wenn es zeitlich alles passt, natürlich, warum nicht? Ja, wir werden, ich werde das ja so machen, dass es ja für jeden für uns sehr passt. Ich bin, ich telefoniere hier mit Resa und dann wird das schon klappen. Okay, alles klar. Okay, Gott segne. Okay, das dann beschreibt, als Gott ist ihm, Bruder, Armee. Alles klar, mach's gut, mein lieber Gott, segne dich. Ja, in Ima, mein Anafin. Und da kannst du ja einiges zeigen. Also ich denke, dass er einiges weiß, aber das nochmal vor einem breiten Publikum, dass die Muslime das dann mitbekommen, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Diesen ganzen Schund. Hallo? So, und? Scheißegal, Sand ist Sand, ist eh drinnen. Mama, Papa. Hallo? Ich muss zwei Eimer nehmen, zwei so Eimer, drüber gehen und einfach Sand nehmen. Ja. Was war das? Was war das? Danke, dass du da warst. Danke für Kamilurin und danke. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr lieben, für alles, was ihr für mich macht. Dankeschön. Gottes Segen, euch und eure Familie. Gottes Segen, grüß dich. Grüß dich, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ich will dir nur meinen Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte, wenn ich darf. Ja, du darfst. Also ich stehe in einer großen Menschenschlange vor einer großen, so einer Art Stadthalle und ganz viele Menschen sind da und strömen da rein und nehmen dann Platz, es ist alles ausverkauft, also es ist kein freier Platz und alle applaudieren schon und dann, weißt du, was dann passiert, dann kommst du auf die Bühne und machst das, was du hier machst. Ich? Ja, du. Aber. Ja, echt? Ich komm auf die Bühne, auf einmal schreien, ja, Dr. Schäfer-Kommi, hey. Genau, genau, genau. Tatsächlich. Heftig, oder? Ich kann überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man hier nicht verstehen kann, was du sagst. Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, ich mach's ja so leicht und verständlich wie möglich. Ja. Okay, das war mein Traum, wollte ich nur erzählen. Okay, mein lieber, Gott segne dich und seine Familie, mein lieber. Ja. So, ihr Lieben, Dr. Schäfer-Kommi geht jetzt mal ein bisschen offline, ihr Wundervollen. Ich muss mal ein paar Sachen erledigen und komme dann, so Gott will, gleich dann wieder live, ja. Haltet immer mein Jesus Christus fest, lasst niemals seine Hand los. Die Liebe Gottes in Jesus Christus soll weiter eure Herzen durchströmen und das hier wahrhaftig auf dem Weg zum ewigen Leben sein. Gottes Segen, ihr Lieben. Eventuell bis später. Ja, macht's gut. Ciao.